willkommen zurück bei resident evil 4 remake zusammen wie immer mit meiner community die euch wieder herzlich begrüßt hier drin geht es gleich ab das haben wir schon gesehen in der vorfolge das gern daumen nach oben da über ein abo würde ich mich auch sehr freuen und ja kommt auch gerne mal live vorbei auf www.twitch.tv slash nu unterstrich live und genau ghost of atachi sagt gerade war mein lieblingsspiel in der jugend aber er schließt so nervig mit dem lion er schließt tatsächlich gar nicht mehr nervig und ich muss sagen ich mag die beziehung zwischen den beiden sehr könnt ihr auch mal eure meinung schreiben ob euch das jetzt besser gefällt und ob ihr findet dass es gut gelungen ist ich würde auf jeden fall schon mal da ich da vorne schon mal einen see den einfach mal direkt da weg holen weil der geht mir nämlich übel auf die nüsschen und versuche ihn weg zu snipen so sehr gut dann haben wir das problem nämlich schon mal erledigen immer in die zukunft ich glaube das war es dann jetzt oder so jetzt geht es nämlich gleich ab so jetzt geht nämlich die tür zu er schliege nach hinten etwas zurück und ich beobachte das hier mal was geht noch ist noch ein bisschen ruhig kann es sein dass die das gar nicht bemerkt haben jetzt ich glaube die haben es gar nicht bemerkt also hier fehlt mir was das heißt vielleicht gehe ich einfach mal auch jetzt sind sie wie haben sie uns der haltung okay weil ich jetzt weiter vorgegangen bin okay was kommt okay ich brauche meine grenadier hat ja grenadier feuer bembem banbem so auch gut meine freunde jeder kriegt bana ab so zurück die weg okay das lösen wir anders finger weg von dem girl okay so ja wir haben alles im griff meine freund ich mache extra das tor noch mal auf so wer will noch aufs maul oder ist ja noch einer komm her oh shit da kann man die wollen immer an die so ruhig jetzt sie haben echt nur interesse an ihr ne also ich juck die gar nicht ich hätte so einen leichten job wenn er nicht mehr so wasser erster eindruck ich glaube flinden moni wird mein neuer freund in der runde passt alles vom ton bin ich laut genug ist alles in ordnung fühlt euch wohl so np habe ich ja noch nicht gewerbe halt auch nicht schlecht aber kann ich auch nicht machen okay das ist süß dass ich auch immer nacheinander fragen das ist so lieb einfach nur okay fertig übrigens in der folge noch in den maulwurf verwandeln ihr werdet später sehen was ich meine ich habe heute mal extrem trockene augen das heißt da wird sicherlich noch was kommen äh ashley kommst du bitte mit oder willst du entführt werden also hier muss noch irgendwo einer sein die musik sagt einfach alles aber ich sammle so nah da okay komm mal mit ashley wo sind die denn das macht mich ganz schön nervös ich glaube die sind hier gar nicht hinten noch ich sammle mal alles ein ne man kriegt ja sonst nichts umsonst im leben okay freude geht's kann ich nur runter oder auch hoch okay das geht ja dann wohl nicht andere seite da geht es runter und da geht es wahrscheinlich auch unten übel ab ich werde es mit euch mit meine kontaktlinsen höchsten sechs Stunden drin du hast recht so kontaktlinsen weg ich habe tageslinsen deswegen kann ich das machen und maulwurf aktiviert ist der maulwurf dreckig so maulwurf aktiviert jetzt geht es runter runter springen ich sag mal sie soll hier bleiben ich hoffe dass jetzt keine oben kommen ansonsten haben wir ein bisschen problem hey du sollst nicht mitkommen ich habe dir gesagt man sie hört überhaupt nicht auf mich riva oh hi gar nicht gesehen ah cool da hat's ja ne ding im moment bang bang into your room oh hey wo ist eigentlich ashley ah hier ashley seh nicht hin so alles gut ashley ich weiß es sieht eklig aus aber so schlimm ist es gar nicht komm mit komm mit hier so ich nehme alles mit was ich bekommen kann eigentlich brauche ich die gar nicht so übel umbringen sind gerade so wenig ich sollte nicht zu viel munition verschwenden das geht auch noch mit der hier ashley schnell der rennt dir hinterher der los und bang bang ey ich wollte nahkampf machen oh oh ashley oh mein gott hey kollege so aber nicht oh ashley lauf das war jetzt nicht gut oh gott ashley lauf komm her bam uiuiuiui und sieht ihr auch so schwer wie diesen dummen wasserfall hier das game kann ich gerne lauter machen klar ihr müsst mir nur sagen ab wann es zu laut wird weil ich kann es immer schwer einschätzen weil das spiel ist immer manchmal sehr leise manchmal sehr laut und dann eskaliert es so übel und dann kann ich euch immer sehr spät erst wieder das game ein bisschen leiser stellen weil ich gerade im kampf bin aber wenn es so okay für euch ist dann wäre es super für mich ich bin fein okay da muss ich jetzt also drehen okay bedeutet also ich nehme jetzt das ding in der mitte dann wird wahrscheinlich alles komplett eskalieren damit sollte es gehen so jetzt wird alles unfassbar krass eskalieren benutzen halten ich wusste es ich wusste es ich wusste es ich wusste es schon glänzt es er schießt uns hier ab hier schießt uns irgendwer ab da oben ich glaube die kommen nur von hier oder hoffe ich doch ich höre doch irgendeine schlange kommen die runter verdammt klar entfernt ich okay da oben sonst noch irgendwo jemand okay kommen kommen wir da nicht mehr hoch hier können wir zu okay wir haben beide keinen bock drauf aber es muss sein ich habe gar nicht die treppe gesehen worauf denn zurück ist gut nicht jetzt oh ne das machen wir nicht ich würde gerne oh shit ganz schlecht ganz ganz schlecht okay da oben so all good aus dem weg bang bang into your room aua du sau jetzt reicht es komm her so bam so bam oh äh okay wo ist die nächste sau da so ich jetzt mal ruhe hier ich hoffe aber hier oben chillen jetzt bestimmt auch noch welche oder ne so okay ashley bist du bereit für ramba zamba let's go noch sind wir nicht sicher ja oh mein gott ich weiß jetzt schon was passieren wird es wird richtig abgehen lass erstmal hier lang gehen alles farmen weil wir merken im leben ist nix umsonst aber die haben auch nix gedroppt weil sie schon davon ausgegangen sind dass niemand so gierig sein wird dass man hier freiwillig entlang latscht da haben sie sich aber nicht darauf spezialisiert dass das spiel auch von schwaben gespielt wird nix 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 umsonst da kann ich wieder was einsetzen ich glaube dass die überall kommen werden nix umsonst oh gott er hat sich diese scheiße hier einfallen lassen also ich meine diese dieses schloss versteckte plattform er hat es gebaut bisschen übertrieben findest du nicht hier ashley anidia alles klar los rauch auf die kräftigen schulterchen und ich squat die einfach einmal so die wird einmal squatted kriegst du das hin oh gott ich wett mit euch ich wusste es ich wusste es i know it ich kann keine deckung geben ich bin zu nervös oh verdammt ey wie langsam wie so ein langsamer chuchu von der seite kommt nix oh gott vorsichtig ah nein nein oh girl nicht langsam habe ich genug ja ich auch kommen bei mir auch noch welche ich wusste es ja 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 ich habe es im sinn alles gut oh nein nein oh nein lauf nein warum läufst du denn nicht girl warte ich helf dir oh girl lauf boah stress ha 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 ich war gestresst du bist im weg komm 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 nein oh gott ich muss auch aufpassen dass ich sie nicht treffe ne das habe ich letztes mal schon gemacht ups 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 ich habe sie letztes mal auch voll geschotgunnt sorry nichts passiert nur ein paar shotgun bolzen im gesicht boah die szene kann übel stressig sein ne hier oh ich habe gar keine muni mehr oh ok so ruhe jetzt hier schicke schuhe schicke schuhe boah under pressure girl jetzt reicht es aber langsam mal das ist echt aufregend das ist richtig so die das ist hat mich jetzt voll an die sequenz von zelda majoras mask erinnert wo man doch ähm diese dummen kühe von den dummen dingern da befreien muss von den blöden aliens war so stressig so wir brauchen auf jeden fall das hier mit was schieße ich eigentlich diese bolzen leute ihr wisst es doch bestimmt we need gewehr munition eigentlich das visier ist das dran ne ja es fehlt mir wieder ein bisschen was von dem die bolzen wofür brauche ich denn die bolzen bolzen für den bolzenwerfer ahaha selber wieder beantworte die frage äh ja dann laden wir mal nach jetzt haben wir wieder genug schuss ein bisschen mehr shotgun hätte ich wieder gern armbrust ihr brecht ja so schön oh ich habe auch so einen balkon und ich freue mich so dass da jetzt endlich wieder schöne blumies drauf wachsen und jetzt gerade so in richtung frühlings so schön so schön so schön hier mir schießpulver oh yes okay ich habe es direkt gespottet so bäm bäm mir fehlen zwölf okay ashley komm komm du kriegst alles auf achso okay komm okay mach mir die tür auf komm und dann komm 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 da komm komm du hast du den huschen Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, sie verhält sich wirklich wie ein Kind. Mann, Mädel. Voll einig, es müssten jetzt meine ganzen kompletten Nerven und Sehnen durch sein und ich konnte meine Hand nie wieder verwenden. Und so waren wir wieder getrennt. Bling. Katsching, katsching, katsching. Katsching. Katsching, katsching. Oh, da hinten ist mein Welcome-Freund. Welcome to the Moulin Rouge. Ashley finden. Ach, trag bloß. Ist der hier drin? Harter Tag. War's fremder? Ja, gib mal ne Pulle. Willkommen. So. Ich hab was Neues für dich. Ja, was hast du denn? Gelbes Kraut? Diamant? Wie bitte? Lederkoffer. Wo wir unsere Ware her haben? Mhm. Das willst du nicht wissen, Papa. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja, ich guck mal, was du so hast. Bolzenwerfer, da haben wir's doch. Äh. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Die Stingray soll so toll sein, oder? Oh, ne Schutzweste. Das ist toll. Ja. Ja. Einige Schutzweste. Stirb mir. Schutzweste als nächstes dann. Ich hoffe, die hab ich jetzt einfach angezogen. Als nächstes dann die Stingray. Wenn wir die überhaupt nehmen sollen. Ich bin mir grad gar nicht sicher. Ist die Stingray so gut? Habe ich da irgendwie Schätze für? Edelsteine einsetzen? Ich hab keine Edelsteine mehr. Muss mal mehr auf meine Karte gucken. Ich hab total verballert hier. Aber hier gibt's grad auch gar nicht so viel. Hier ist man einfach so gestresst. Dass man nichts nachschaut. Komm, hier ist doch ein Schatz. Nein, hier ist einfach gar nichts. So. Stummengewehr ist glaube ich gut. Ah, da oben geht's lang. So, hier geht's nicht lang, oder muss ich da lang? Wo geht's weiter? Hier. Kiste. Meine Glotzer übersehen nix. Gibt's? Gibt's hier irgendwas? Oh, ich seh schon. Ich muss jetzt wieder leise sein. Sind die tot? Jupp. Das ist einfach krank. Ja, die beten diese ekligen Dinger an. Gucken, ob's hier irgendwas gibt. Nope. Muss aufpassen, dass ich diese Dinger hier nicht, die Klapperdinger, bewege. Qual, dann bemerken die mich sofort. gloria las plages die glorreiche las plages mutig lion bringe die karmes in karmes in rote flamme da die stimme der seuche wohnt in den flammen sie führt die bedauernswerten seelen zur erlösung bringe die karmes in rote flamme an ihre rechtmäßigen ort und du sollst erleuchtung auf den weg der offenbarung werden sagen sie nicht dass ich dieses dumme ding hier irgendwo hinbringen muss okay genau das klage ist der virus okay der typ da oben kann ich den typen da oben nicht einfach weg snipe warum ist leon so geil hast du gute frage kann ich den ich einfach snipen den dud sorry für die störung verdammt was ist los oh shit no um yes not fair not fair gloria lasz 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 gloria oh god hilfe ok let's go ja mir geht's gar nicht oh der tut ihn aufbesitz über mich ergreifen weißt du was ich hab da immer ne granate warum mach ich mir so schwer oh shit hilfe oh shit oh mein gott hilfe äh wird mir zu wild ich geh oh mein gott lass mich oh mein gott ich muss den weg weit schießen es wird mir ein bisschen zu bunt ich muss mal kurz na geht mal alle weg jetzt was mach ich denn jetzt ah blendgranate ne oder die hier komm her und zwar alle blendgranate das wird laut ich hab meine blendgranate ganz vergessen blendgranate ne das war ja der shit okay mach ruhig okay mach ruhig oh gott hilfe was ein stress was ist los stopp kack blöde lampe ey jetzt ist ruhe jetzt geht doch schlafen und zwar alle wo sind denn die noch hey wie viel money will man verbrauchen ich höre hinten doch noch was rumklackern so ruhe jetzt mal hier auf den billigen plätzen jetzt komme ich hoch jetzt komme ich hoch jetzt aber ruhig hier jetzt kommt der papa hoch so wer schläft noch nicht einige da hinten schlägt auch noch jemand nicht so jetzt schlafen sie aber alle so endgültig okay holy shit ey was war denn boah da oben ist noch ein sack ich habe es genau gesehen girl es ist Zeit fenn zu gehen geh mir nicht auf die nüsse jetzt stille nacht heilige nacht ich bin maximal verstört man ich hätte einfach nur die dummen blendgranaten werfen sollen ich habe es ganz vergessen boah das war anstrengend ich muss mal kurz zurück da gab es glaube ich den ultimativen loot hier oh ne ich habe die alle weggesprengt da gibt es da nichts für schade ach man so wenig nur muss wieder mehr pistol machen ich bin ein bisschen zu ja ich hätte man muss eigentlich bisschen mehr rumrennen und wirklich gucken dass man diese ganzen fässern alles nutzt aber woher sollte ich wissen dass die so dumm sind und hier fässer hinpacken so irgendwas ist jetzt offen und es ist nicht mein arsch der arme lion ich glaube wir haben durch das gerennen gekämpft so viele kalorien verbrannt wie wir niemals zu uns nehmen können oh eine kischte ja ein spiegel mit perlen und rubin den habe ich mir verdient und zwar redlich okay oh was habe ich das eingesammelt wozu war das jetzt gut oh gott das hätte ich machen können vorhin ne oh man das hätte ich vorhin machen können so hängen wir das lämpchen wieder dahin wo es hingehört so ich will jetzt entlohnung entlohnung bitte entlohnung und schätze da brauche ich die ashley das heißt ich finde sie gleich wieder okay kommt man hier wieder rein nett so ich gucke mal ob ich mir wieder irgendwas craften kann ein bisschen flinten muni auch wenn es nur wenig ist aber das muss schon sein das ist jetzt notfall ration die nutze ich nur wenn ich ein notfall bin okay versprochen genau immer schön laut sein damit jeder weiß dass man kommt kann niemand sagen man hat sich nicht angemeldet es ist mir zerstöre guten tag ich bin's knurr bis dahin und nicht weiter oh älter oh älter ich soll die doch nicht benutzen du älter ab nach sechs jahren ist das also deine begrüßung älter du wirst nicht überrascht interessant wenn du so oft näher stehst nimm lieber das messer ding 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 gar nicht übel sehr smooth für wen arbeitest du diesmal oh Leon du weißt ich bin verschwiegen mami und daddy kämpfen mami und daddy kämpfen vergiss sie ihr ist nicht zu helfen kehr einfach um und wer weiß vielleicht sehen wir uns wieder und vielleicht bekommst du dann auch deine begrüßung glaubst du ich gebe so leicht auf klar lass uns dieses gespräch ein andermal fortsetzen und weg ist sie die haben es mit den fenstern ne wir nutzen keine türen sie ist die letzte die ich hier erwartet hätte ja ne älter apfel das fandet ihr witzig gell wo kommt die immer random her ist ne gute frage sie kommt nicht und zu bleiben und sie geht immer durchs fenster weg sie geht immer durchs fenster weg sie kommt nicht und zu bleiben und sie geht immer durchs fenster weg oh okay ich hab keine ahnung was ich da gerade tue aber es fühlt sich gut an ah okay alles hat seinen sinn das nächste bestimmt hier irgendwo oben okay doch nicht ich dachte ich wäre klug hm ist hier wieder irgendwas das man schieben kann oder das bild oder doch hier draußen naja dann fügen wir die mal ein nehmen wir an nein nein der fügt die einfach random ein so und das wo ist das äh die ritterrüstung ach ich hab hier schon vier deswegen hm keine ahne ob das so überhaupt richtig ist mir fehlt halt noch ein rotes kann das sein vielleicht gibt es noch mehr mir fehlt das schild der childi muss ich vielleicht rausgehen und suchen da war ich schon da ist übrigens noch ein ausrufezeichen ah ich kann die teile auch drehen ok das wird das rätsel lösung sein let's turn around now na wir sind rätsel was mir wirklich ein rätsel ist glaub dass ich gucken muss was die hier haben Der hat ein Schwert. Ist hier noch ein Ritter? Und der hat auch ein Schwert. Und der hat ein Schwert. Drei haben ein Schwert. Schwert. Schwert und Schwert. Achte mal auf den Rahmen der Symbole. Ah. Ah, okay. Sieht man ja nicht. Ob das so ist, ne? Das meintet ihr. Man sieht es ja nicht. So, das heißt, die beiden. Bei denen weiß ich nicht. So, wahrscheinlich schon das hier. Und hier? Müsste es ja blau sein. Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay, warte mal. Okay, da muss aber... Das kann dann eventuell hier runterkommen. Und hier? Das stimmt. So, hätte ich es eingeloggt. Yes. Okay. Müsste passen. Ja. Danke, Leute. Okay, jetzt nur noch Ashley finden. Nur noch. Nur noch. Das wird nicht alles sein. Du musst doch mal schaffen, sie zum Heli zu bringen. Höret das Signal zwischen den Bergen. Und zwar richtig Smewi. Ein kleiner Schlüssel. Nett. Den würde ich doch gleich ganz gerne einsetzen. Für das da hinten. Schnauzen. So, er hat es doch einen Schlüssel gehabt. Öffne dich. Ich hoffe, die ist was wert. Ich hoffe, das war es wert. Okay, Leute. Neuer Gegner hat sich vorgestellt. Kann man eigentlich auch die Ratten verkaufen? Komm mal her, Mousy. Kann doch nicht sein, dass ich eine Ratte nicht treffe. So, geht doch. Ach, die kann ich nicht mal mitnehmen. Ganz umsonst gestorben. Sorry. Ich dachte, das war mit den Schlangen. Die kann man nämlich mitnehmen. Ich glaube, das gibt einfach nur eine Trophäe, wenn du die alle eliminierst. Nein, nicht die Ratte. Oh nein. Okay, die werden noch aggressiver. Bedeutet, wir sind am Arsch. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Boah, Kollege, erschreck mich doch nicht so. So, jetzt sind wir beide am Arsch, dem, was da hinbekommt. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich würde gerne die Taschen nur verkaufen. Im Grab bringt dir dein ganz Nächsten. Äh, ich kann nicht hier mal Edelsteine einsetzen. Nur einen. Okay, kann ich hier was einsetzen? Ne, nur untersuchen. Das Goldplättchen zieht einig. Ich tue das Goldplättchen jetzt auch mal verkaufen. Das Mal kaufst du aber... Ja, ja. Den würde ich verkaufen. Das Goldplättchen auch. Ein hervorragender Deal. Die Taschenbuhr auch. Besten Dank. Und jetzt kaufen wir uns unsere Stingray. Kein Platz. Stingray ist dann der Ersatz zu meiner Shotgun, oder? Warum probierst du nicht meine neue, angenehme Reise? Ist die Stingray der Ersatz für meine Shotgun? Oder für welche Waffe? Ich habe hier eine Shotgun, die ich liebe. Meine Riot. Die hat auch die Angriffsstärke 9. Wir haben hier einmal das Gewehr. Die hat die Angriffsstärke 3,2. Sniper, oder? Nee, Stingray ist doch Schnellfeuer. Was ist das? Sniper. Im Original kann man den Händler erschießen. Nee, jetzt nicht mehr. Weil ich kann halt sonst auch Schnellfeuer-Sniper. Weil ich könnte sonst auch sagen, dass wir halt die alte verkaufen. Weil das sollte man manchmal... Weil ich gucke mal kurz, wie viel ich für die kriegen würde. Ja, schon noch ein Stück viel. Ob Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Man könnte die halt verkaufen. Wie viel hat denn die für den Durchschlag? Ja, die hat ja jetzt schon so viel Kraft. Also ich verkaufe jetzt... Also wenn ihr sagt... Also wenn ihr sagt, Stingray ist ähnlich wie die eine jetzt, dann würde ich die verkaufen. Ich würde aber kurz das Visier hier einmal... Äh... ...den aufbewahren packen. Kauft ihr lieber den Lederkoffer? Oder den Lederkoffer, ne? Willkommen! Aber den Lederkoffer, den kann ich mir gar nicht kaufen. Den kann ich mir nur durch Tauschen... ...er kaufen. Und das kann ich noch nicht. Das geht noch nicht. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Sonst machen wir es so... Wie du meinst, Fremder! Weil ich noch nicht sicher bin... ...bewahre ich die jetzt mal auf... ...dass ich die nicht... ...verkaufen muss. Und dann kaufe ich mir jetzt mal die Stingray. Willkommen! Weil das haben letztes Mal schon alle gesagt. Ich habe einen Platz jetzt wieder. Ja, okay. Bekommst du erst, wenn du Platz dafür hast. Ja, ja. Ich mache schon. So. So, der Lele. Ist doch alles wieder in bester Ordnung. Schaut mal. Da sind die Gnus doch auch sofort wieder beruhigt, wenn sie das sehen. Schaut mal, Leute. Wie schön ich das gemacht habe. So. Ja. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Sehr gut. Dann tunen wir mal. Angriffskraft. Reparieren. Was, die ist kaputt? Kleinigkeit. Angriffskraft, die ist die Stingray. Ja. Lass mal hoch. Nicht genug Geld, Fremdler. Ah! Kann ich auch was verkaufen? Brauche ich die Red Punisher? Die verwende ich doch niemals. Kann ich jetzt nur ganz knapp nichtes holen. Ich herkomme jederzeit wieder. Oh, wie schön denn die Metallhärzte aussieht. Aber speichern wir hier drauf, falls wir Dinge noch bereuen. Und äh... Dann tue ich mal die Stingray hier Schnellzugriff hier drauf packen. Okay, let's go, Leute. Kann ich auch mein Visier hier drauf knödeln? Wo ist denn das Visier, das andere? Ach, das Visier hat es direkt mit aufgeräumt. Ach, schade. Ich dachte, ich kann das Visier drauf packen. Das ist natürlich schade. Wo ist denn mein Visier? Da. Das hätte ich gerne wieder da. Kann ich das da nicht drauf schrauben? Ja, geht an Stingray. Nice. Ich will kein Spiel spielen. Oh, ihr habt mich ja erwartet. Hey. Okay, wild. Oh nein, die Sau lebt noch. Das reicht aber. Und der auch noch. Dass der Verkäufer... Dass den es aber nicht juckt, was hier so abgeht. Was machen die da oben? Ich will es gar nicht wissen. Ich drücke jetzt einfach mal Knöppchen. Ich möchte dieses kranke Spiel eigentlich gar nicht spielen. Oh, da kommt doch irgendwas. Oh. Boah, ein Schuss reicht. Okay, zwei Schüsse reichen. Ich räume erstmal oben auf. Weil ich nämlich keinen Bock habe. Weil ich nämlich keinen Bock hatte, dass die von oben kommen und Surprise machen. So, jetzt könnte ich doch eigentlich wieder ein bisschen Schoti machen, oder? Schoti, Schoti, Schoti. Gib mir bitte Shotgun jetzt sofort. Nein. Why? Ich brauche Shotgun, Moni. Ich sammel jetzt. Ich sammel jetzt nur für die Shotgun, weil die ist important. Ich brauche mal Licht, Leon. Mach mal an. Gar keine Schätze mehr hier. Okay, let's get it unangenehm. Kann ich da hoch? Ja, da oben stöhnt was. Achso, da geht es hier einfach durch. Okay, interesting. Was ist da? Ich sehe doch da was. Da war ja gerade so ein Spinn-Dings. Hm. So, erstmal deinen Spinnen-Homie eliminieren. Hey, Kollege, wie viel willst du denn da aushalten? Reicht jetzt auch mal? Oh, hi. Da kommt also das Gestöne her. Ich habe mich schon gewundert. Okay, ist da wieder so ein Spinn-Dings? Also, wenn die Dinger hier rumlaufen, ist ein Spinn-Dings nicht weit. Dankeschön, Sven. Dankeschön, ihr seid so nett, Leute. Vielen, vielen Dank. Ich höre hier irgend so ein dummes Spinn-Ding rumvibrieren. Ging sie nicht auch noch einen anderen Weg lang? Wie nett, sie immer die Sachen besprühen, damit ich weiß, wo ich hoch muss. Oh, nett, dass du reinläufst. Super nett. Das ist sehr zuvorkommend. Dankeschön. Okay, das weiß ich, fahre ich schon zu schätzen. Gott, es geht sich zu und ich bin am Arsch. Ja. Ich bin einfach nur ein... Ich will doch... Nee, Kollege, so nisch. Ah, shit. Ja, die dumme Nuss da. Oh, jetzt! So. Geht doch. Wer stöhnt hier noch um? Okay. Warum kann ich das tun? Muss ja auch noch irgendeinen Sinn ergeben. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich so viele runter, dass ich das machen muss. Oh nein, speichert. Okay, ich glaube, ich muss gleich zum... Okay. Machen wir doch einfach unten zu. Oh. Noch so einer? So langsam geht ihr Typen mir echt auf den Sack. So. Hol mich doch. So, was macht er da draußen jetzt so? Okay, ich muss. Dann nehme ich jetzt auch meine Stingway. Mal gucken, was die so kann. Zwecklos. Ich verschwende bloß Munition. Okay. Dann muss ich abhauen. Dann muss ich einfach nur runnen. Und mich hier jedes Mal schützen. Hol mich doch. Okay, I understand. Um Gottes Willen. Oh, oh shit. Oh mein Gott. Oh Gott, Hilfe. Ist das so stressig. Oh shit. Oh shit. Mami! Okay, wie komme ich dazu rüber? Oh mein Gott. Lass mich da rein in die Ecke, Mann! Du Arsch! Oh, shit. Attack on Titan. Okay, let's go. Oh, shit. Was mache ich denn jetzt? Muss ich da runter? Oh nein. So. Oh my gosh. Oh. Okay, let's go. Muss ich da aber irgendwie hochkommen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leon, schnell, schnell, schnell. Ah! Ah, 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 ah! Yes! Eine Kanone! Wo, hier? Ich hoffe, sie schießt auch. Ah, ne, da. Okay. Wir können uns wehren. So, let's go. Da oben sind wieder Arschlöcher. Ja. Ganz elegant gemacht. Oh, shit. Under pressure. Under pressure. Okay. Ich gucke mal, ob in den Ecken irgendwas ist. Okay. Ist es okay, Angst zu haben? Oh, shit. Ja. Die Antwort ist ja. Und los. Oh, du Schwein. Adios, du hässliches Mistvieh. Ach ja, dieser Satz. Okay. Kann ich hiermit noch irgendwas zerstören? Also, wenn ich jetzt schon eine Kanone habe, dann will ich hier jetzt auch ein paar Sachen kaputt machen. Hier, du Kackburg. Oh, tatsächlich. Hätte ich fast vergessen. Okay. Weiter im Text. Oh, warte mal. Das lasse ich mir doch nicht entgehen, Mann. Okay. Oh, warte mal. Sonst noch jemand? Nein? Dann ist er gut. Ah. Das hat gut getan. Ah. Oh. Ganz schlecht. Oh. Oh. Mit der Kanone weggeballert. Sorry. Das gefällt euch, ne? Ich hatte genug für heute. Ja. Nächster Spruch. Ding, 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 ding. Wir wollen auch in dieser Folge wieder die, äh, die, die besten Sprüche von Leon, in Anführungszeichen. In den unpassendsten Situationen. In den Kommentaren, bitte. Ashley. Wo bist du? Dass sie immer davon ausgehen, dass sie noch lebt? Ich wäre eigentlich schon längst davon ausgegangen, dass sie sicherlich nicht mehr lebt. Dass die einfach schon längst tot jetzt ist. Die wollen jetzt ja auch nicht mehr ewig rummachen, dass die jetzt irgendwie Ewigkeiten noch rumlaufen kann. Die wollen die ja jetzt auch endlich mal opfern. Dann geht's weiter. Oh, wir haben's geöffnet. Ja, dann entspann dich. Mein BH geöffnet sieht richtig doof aus. Komm nicht näher. Ich tu dir nur wieder weh. Ich hab solche Angst. Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst. Kenn ich einmal im Monat. Ich war etwas anderes. Ja. Ja. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das willst du. Ja. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Das war zweiteutig. Danke. Nur durch Leon habe ich als Kind gemerkt, dass ich Männer gut finde. Süß. Sorry. Wenn ich Fieber habe, dann bin ich immer ein bisschen verschweinert. Das ist okay. Ja, ja. Wenn ich Fieber habe. Leon ist schon hot. Klar. Absolutely. Aber wäre mir ein bisschen zu gefühllos. beziehungsweise. Luis, wo bist du? Sorry. Äh, hab's vermassen. Komm und rette nicht. Nein. Nein. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. In den Weißhallen in Hamburg. Komm. Ritt und her. Beziehungsweise gerade war er ja eigentlich schon voll handsome zu ihr. Aber wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Ja, aber Luis können wir ja nicht trusten. Ich glaube, nach der Ausbildung, die Leon hatte, wäre ich auch ein Eisplotz. So, jetzt lasst uns erst mal ein bisschen köstliches Kraut nehmen und vielleicht mal endlich das hier herstellen. Jeet. Das nehmen wir gleich. Das vergrößert nämlich unser Leben. Können wir hier noch ein bisschen Stingray? Nee, können wir nicht. Okay. So. Ein Speicher, aber kein Welcome Guy. Die macht mich ganz nervös mit ihrem Geschnaufe, findet ihr nicht? Denkt man immer, sie hat irgendwie das Problem, hat irgendein Problem. Weiß nicht, wo ich lang soll. Da oder da? Da hinten kann man doch auch langen, oder nicht? Hm, so viele Türen. Da war ich, glaube ich, schon. Und da muss ich hin. Na stimmt, wenn man mal besessen ist, dann... So viele Raten, die einem potenziell Geld geben würden, aber wir tun's mal nicht. Oh. Ich glaube, das war keine gute Idee, hier langzulaufen, oder? Shit. Oh, oh. Oh, oh, er steht... Oh mein Gott, du Schwein! Mon Dieu! Toll, dass das Spiel so dunkel ist und ich so gut seh, wo was ist. Ich will die erstmal alle umbringen. Genau gesehen, dass ihr ihr langes Dingert seid. Oh, du Schwein! Oh mein Gott, ich hasse euch so sehr. Eija! Oh, du lebst noch. So. Ich warte einfach, bis sie zu mir kommen. Oh, ein Spray! Es lohnt sich wirklich, hier rumzuglotzen. Da kommt gleich wieder einer. I know it. Ich glaube, die Arme ist übel im Stress. Hier ist die nächste Sau. Komm. Weiß ich nicht! Ist einfacher so. Achso, ja, stimmt. Oh mein Gott. Ja. Glaub mir, girl, das war richtig. Die hätten uns zerflasht. Schön, dass du immer so neben mir stehen bleibst, obwohl hier irgendwie so wild gewordene Wölfe sind. Oh, das ist meine Muni ein bisschen knapp hier. Das müssen wir mal ändern. Oh, mir fehlt echt bald meine Shotgun-Muni. Wow. Jetzt habe ich wow gesagt. Ich weiß, dass die Sau da reinkommen wird. Oh, holy. Ich weiß gar nicht, ob dieses Rumgeknurre... Ach, sie sind ja alle um mich rum. Unangenehm. Ich glaube, sie sind gerade auf dem Weg zu uns. Oh, voll auf Ashley geschossen. So, Schnauzen jetzt. Mann, sie sind so anstrengend. War da nicht was gestanden? Nur eine Kerze. Wo kam der jetzt her? Kommt man denn da rein? In den Lucha-Raum hier. Wahrscheinlich hier überrüber. Oh. Wirklich so, wer will noch? So, jetzt bin ich nämlich hier. Yay! Look at this, kiss these. Geil. Da würde ich auch noch gerne rein. Yay, look at these. Okay. Ashley, lass uns da mal hochgehen. Ah, okay. Ist einfach nur so ein... Klubsch-Ort. Da sieht sie hier ein Schweini. So. Wo sehe ich noch Wolfsärsche? Ah. Okay. Was auch immer das bedeutet. Bup, bup, bup. Alles in Ordnung? Nein, ich habe die Flagge gehissen. Kann ich da rein? War da vorhin noch ein Turm? Oh yeah. Da wollte ich hin. So. Dich nehme ich mit. Die Viper wird verkauft. Okay. Okay, dann müssen wir da irgendwie wieder zurück, weil da oben war auch noch ein Turm. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir wieder zurückkommen. Bupi, oh nischt. Okay, Ashley, es wird das ein bisschen ein Rumgerenne. Aber deine Lunge sagt mir, dass du das aushalten wirst. Okay, waren wir vorhin. Dann sind wir doch hier weiter gelatscht. Und dann hier. Und dann da. Und da war hier doch irgendwo noch so ein Turm, wo ich hoch muss. Hier gleich. Da. Aber da geht es gar nicht hoch. Nee, noch weiter. Da haben wir Degen eliminiert. Dann sind wir da lang. Und dann hier lang. Und dann war hier oben noch was zum Hissen. Yeah. Hopp. Ist das ein System, oder muss ich einfach nur auf alle Türme hoch? Also, ich hoffe, ich muss jetzt nicht hier diese ganze Reihenfolge machen. Also, ich glaube, ich muss einfach nur auf diese Türme hier. Oder? Sind ja drei, ne? Einfach alle drei hoch. Okay, gut. Ich hatte schon Angst. Aber wenn die Hunde sind, ist gut, weil dann bin ich richtig. Oh mein Gott. Ashley. Oh mein Gott. Ashley. Mann, ich würde der auch mal gerne Waffe geben. Die macht ja gar nichts. Oh, du lebst noch. Kollegen, ey. Stressst mich doch nicht so. Ashley, kannst du bitte ganz schnell irgendwie schießen lernen? Das wäre mir echt... Nein, lass mal lieber hinterher. Hält die uns beide. Es ist so dunkel. Leon. Taschenlampe, Mann. Hopp. Oh. Das war erbärmlich. Ashley. Oh Gott, Ashley. Mir gefällt das gar nicht. Vorsichtig. Ich immer. Bin eher um dich besorgt. Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten. Die Frage ist, wie kommt sie jetzt her? Oh, ich wusste es so sehr, ne? Muss ich schnell zu ihr rennen, ne? Ashley, lauf! Oh, Schia. Was mache ich denn jetzt? Oh, nein. Was mache ich denn jetzt? Oh, oh. Kommt mir irgendwie von... Ah ja, hier. Ich laufe einfach den Typen hinterher. Danke, ihr habt mich zu ihr gebracht. Genau, lauf weiter. Dann weiß ich, wo sie ist. Okay. Oh, Ashley. Komm schon. Alles gut? Alles gut? Ich habe dem gerade den Kopf weggeschossen. Oh, Ashley, Mann. Einfach den... Den perversen folgen, dann weiß ich, wo sie ist. Kannst du mir wieder folgen. Vertrau mir. Okay, wir müssen jetzt hier drüben hin, oder? Wie kommen wir da jetzt hoch? Zusammen? Aber wir müssen ganz zurück, oder? Kommt man nicht hier irgendwo hin? Da muss ich doch hin. Nein, da knuspert jetzt Knutsche wieder hier irgendwas rum. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, guys. Was ist denn der Deal hier? Nein, nix da. Es gibt kein Pedigree jetzt. Wir müssen noch wieder... Ja, das Tor ist offen. Ich muss einfach wieder am Anfang hin, ne? Dann durch. Wenn wir das finden, Ashley. Du wirst mir echt keine Hilfe. Genau, stopf mal schön hinterher. Das ist doch voll unfair, ne? Lian macht so zehn Schritte und ist halt viel weiter als sie. Wir sind richtig. Wir sind definitiv richtig. Habt mich nicht impressed. Wo ist sie jetzt da hoch? Nee, oder? Oh. Oh, jetzt hätte ich sie fast erschossen, ne? Sorry, sorry, sorry. Alles gut. Gut, äh, Vorsicht, da steht grad was hinter dir auf. Geh mal aus dem Weg, Mann! Glaub, da sind wir hergekommen, ja. Hier das Tor offen? Wo müssen wir denn hin? Jetzt muss ich doch einfach nur... hier lang. Ja. Ding, 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 ding. So, jetzt mal entspannt hier. Endlich mal wieder. Schau mal, dass wir unser Bruder freuen. Gibt's hier irgendwelche Schätze? Kann man hier rein? Nein, natürlich nicht. Oh, Mann! Kann man hier rein? Natürlich, da ist er ja drin. Wo ich da reingehe, gibt's hier noch irgendwelche... Was ist mit der? Ich geh jetzt hier zu meinem Homie. Oh, die brauchen Bier, aber ganz schnell. Gute Neuigkeiten, Partner. Ich hab gutes Werkzeug an Land gezogen. Damit kann ich deinen Waffen ab jetzt noch fiesere Modifikationen verpassen. Geil. Wir verstehen uns. Ich hab das hier immer noch nicht, dieses komische Craterad. Und deine Aufgabe. Kampf die Medaillons. Diese blauen Medaillons sind ein Schandfleck. Okay, wo sind die Medaillons? Oh, die sind ja direkt hier. Dann mach ich die jetzt mal schnell. Das ist bestimmt extra so eine easy Arbeit. Ach, sind wieder sechs Stück, ne? So, in der großen Halle ist hier auch irgendwo eins. Und zwar direkt hier irgendwo. Hier irgendwo. Ah, ist über mir. Okay, und hier oben ist auch noch eins. Mach ich auch mal schnell weg. Gehen wir hier mal kurz runter. Habe ich irgendwelche Edelsteine gefunden? Gar nichts. Aber das... Was ist da drin? Schau ich mir gleich alles an. Jetzt gehen wir erst mal zu dem. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Wir verkaufen erst mal so ein paar Sachen. Das hier kann ich verkaufen. Danke. Die Viper kann ich verkaufen. Nicht schlecht. Das kann ich verkaufen. Besten Dank. Und dann kann ich meine Sachen endlich tunen. Wow, Angriffskraft. Haltbarkeit. Das geht alles viel besser. So, was lassen wir gucken? Tunen. Punisher geht auch noch mehr. Uh. Angriff, Waffe, Stingray. Die Waffe, den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Hier, wie du es haben wolltest. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Ich muss noch mal meine alten Sachen erst mal aufpimpen. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Fühlt sich geil an. Die muss ich auch... Boah, es geht so viel zu pimpen, ey. Schon wieder kaputt. Das gibt es noch nicht. Ich fette ich damit um, okay? Ja, ja. Uh. Ein blauer Kelch. Okay. Ich komme jederzeit wieder. Ja, ja. Ich versuche immer, die Sachen, die ich am meisten verwende, auch erst mal zu pimpen. Jetzt gehen wir aber erst mal kurz hier runter. Das sieht so verboten aus. Oh. Wo geht es denn da hin? Audienzsaal. Will ich da jetzt schon hin? Ich glaube, da muss ich jetzt noch nicht hin. Wir gehen erst mal hoch. Sie hätte die Statue angesprochen. Ich würde aber echt auch mal ganz gern jetzt langsam... Ah, nur das Beste vom Besten. Hm, danke. Die kann ich mal aufbewahren. Die kann ich gar nicht wegtun, die hier. Wegwerfen. Wie soll ich die wegwerfen? Total doof. Gut, Ashley. Let's go upstairs. Was ist mit der Statue hier? Du hast irgendwie kommentiert. Oh, da fehlt ein Kopf. Da fehlen sogar drei. Ein Teil der Burg wird von Ratten überrannt. Oh Gott, das sind dann diese ganzen Ratten, die ich hier rum ran rennen sehe, ne? Okay, hier sogar. Das hängt sogar schon hier an. Wo ist denn die? Da. Okay, ist ein Rätsel. Ein Rätsel, ein Rätsel. Bring me food. Okay. Weiß ich noch nicht. Ich muss erst mal mich hier umschauen. Erst mal alles zerstören, was ich kann. Ah, okay. Die Dame und der Herr müssen sich gegenüber sitzen. So. Ich habe drei Messer und zwei Gabeln und einen Löffel und ein Brot und eine Weinflasche und ein Wein. Und da sitzt der König. Und die Frau hat nur zwei Messer, eine Gabel und ein Löffel und eine Milch. Da muss sie sich hinsetzen. No. No. Das hat doch dann hier gestimmt. Bitte mal hinsetzen. Gut. Glaube ich. Und ich hatte das hier. Glaube ich. Oder hatte ich das? Nee, ich hatte das, oder? Ich hatte... Hey, ähm... Hast du eigentlich viele solche Einsätze? Äh, ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Oh. Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich dir. Oh, flirty. Süß. Okay, hat's hier noch das? Nee. Aber sie hat ja hier keine Flasche eigentlich, ne? Die hat ja hier eine Flasche stehen. Dann ist die hier falsch. Okay. Das ist falsch. Guck mal. Sie hat hier nur so ein Ding in der Mitte. Ein Glas, zwei Gabeln, äh, zwei Messer, eine Gabel und einen Löffel. Zwei Messer, Gabel, Löffel. Zwei Messer, Gabel, Löffel. Zwei Messer, Gabel, Löffel. Hier. Und ich bin doch hier. Aber ich habe halt zwei Löffel, glaube ich. So, und jetzt machen wir mal Ding, Ding, Ding. Ding. Habe ich irgendwas verballert? Oder muss ich hier hin? Nee, das ist aber auch falsch. Sie hat ja kein Brot. Falsch, kein Brötchen. Wir müssen was übersehen. Ach, dann muss sie hier hin, oder? Hey. Ja. Gut. Und meins war aber dann hier. So. Nee, ich hatte aber zwei Löffel, glaube ich. Jetzt sitzt sie aber richtig. Jetzt muss ich mich hier hinsetzen. Jetzt aber. Leon. Scheint, wir lagen richtig. Gut. Dann lass mich mal den Kopf hier abschrauben. Okay. Gut. Ist hier irgendwo... Ah, schau mal. Gut, dass wir geguckt haben. Hier ist nämlich wieder irgendwas Blaues zum Abknallen. Und zwar hier. Da, seht ihr? So. Ab mit dem Kopf. Aber wirklich. Da ist ein Relief an der Wand. Okay. Das heißt, der Schlangenkopf... ...kommt da nämlich hier hin. Passt perfekt. Passt wie das Popoloch aufs Klopapier. So, wo geht's hier noch rein? Hier? Was ist das hier? Oh yeah. So, hier muss doch auch noch irgendwo... ...was Blaues sein. Hier muss irgendwo noch... Ah, hier. So, das muss doch da oben da noch was sein. Und wenn Ratten... ...ir irgendwo Ratten hört, sagt's mir. Ja. Das Gefühl, das ist hier... Oh, eine schwere Granate. Warum kriege ich die wohl? Keine Chance. Oh, es war so klar. Oh nein, wieder so einer. Ich fürchte sie an und... Oh Gott, nein. Oh nein. Ich brauch Platz. Komm zu mir. Oh nein, ich kann... Oh nein, sie ist tot? Was? 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 Oh je. Wollen wir dann vielleicht davor noch was anderes ausprobieren? Da gibt's doch noch... Hm, da ist ein Schatz. Da ist doch bestimmt eine andere Tür davor, oder? Natürlich nicht. Oh girl. Wir werden das nicht schaffen. Oh, keiner vielleicht Munition herstellen? Jetzt fehlt mir halt beides. Gewehr Munition. Hm. Ich hab sie erschossen. Nein. Das ist eine Unterstellung. Kann ich ja nicht den Dude da jetzt gleich mal abknallen, der mit dem roten Dings? Ich möchte sie an uns. So, komm mal mit mir mit. Einer will. Ja. Nichts, die andere will. Ja. Oh ja. Oh ja, shit. Ja, ich hab sie erschossen. Danke. Jederzeit. Jederzeit schieße ich auf dich. Keine Sorge. Mach ich gern. Aus dem Weg. Entfern dich. Alles klar. Nee, bleib bei mir. Oh nein. Okay, all good. Oh scheiße, komm. Äh, girl. Entschuldigung. Kann mal vorkommen. Unter Stress. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh Mann, es nervt aber auch echt. So, der geht mir jetzt echt auf die Nüsse da oben. Der geht mir auf die Nüsse da oben. Der geht mir auf die Nüsse da oben. Oh. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Oh. Alles gut. Alles im Griff. jetzt will ich aber hier ganz viel entschuldigung haben und entschädigung meine güte oh hallo da ist klar bei dir du hast nur zehnmal auf mich geschossen aber sonst geht mir gut dass die nicht überhaupt noch vertrauen zu mir hat wundert mich ich glaube dies öfter von mir gekillt worden als von gegnern ich glaube noch gar nicht ne ja farmen die roten aktivieren die super lagers ja ich wusste gar nicht dass ich den schon davor töten kann tatsächlich dachte ich muss immer erst die meute stoppen aber dann wissen wir für nächstes mal all in auf diesen du da auch manchmal ein bisschen muni ich habe ich habe munitionsproblem ich spreche es jetzt hier ganz offen an ich habe ein munitionsproblem leute ich hoffe ihr nehmt es ernst das war so gut wirklich nur wie süß sie mich hier einfach aufbauen so geil endlich ein roter rubin sie sind süß für die süß dass sie jetzt so goldig sind weil im ersten teil oder im original teil war sie schon sehr zickig hatte oft gar keine lust sie war so richtiges verwöhntes presidenten girl jetzt ist sie so richtig nett und dankbar und goldig und er auch das wird er sicherlich nicht gefallen dass sie die ashley geändert haben so dann holen wir mal den ziegelkopf sie bitte hört die mitte schotten wir machen das jetzt schnell komm es lieb so alles gut erschließt danach wirst du hörgeräte brauchen aber es ist okay alles bestens und du kannst dir bei einem sicher sein erschli das wird jetzt noch viel lauter und schlimmer werden ich glaube dafür müssen wir diese seltsame bahn da fahren den kann ich nicht noch kommen wenn ich aus dem speisesaal schaue ich glaube nicht noch nicht ja knödel mir bitte munition rein was das könnte dir gefallen so wenn ich mich jemand so anspricht dann lauf die uhr können wir jetzt verkaufen die gibt jetzt ein hervorragender deal nenn mich ruhig pingelig aber für diese arbeit ist das eben voraussetzung die fände ich auch noch geil mit die auf angriff hoch knödel auch nur den hauch einer chance haben willst für diese arbeit braucht es fingerspitzengefühl fremder auch da kommen jederzeit wieder geil wir können richtig rampage machen jetzt so jetzt wird bahn gefahren was romantisches hast du bock händchen halten verboten geflirtet wird in der disco nicht schlecht oder wirst du gleich sehen schau mir tief in die augen girl ich weiß noch nicht wie alt du bist aber ich glaube du bist hoffentlich erwachsen wir sind da was offen wo sind wir jetzt warum sind wir jetzt hier wollten wir das wollten wir hierher nein aber warte mal einen parasiten einige parasiten haben die fähigkeit ihren wirt zu beherrschen unter biologen ist dies bekannt aber man weiß nicht was die paar wie die parasiten es tun es folgt eine liste einiger solcher parasiten die krokoelium sind die parasiten larven ins nervensystem der ameise gewandert verändern sie deren verhalten das gibt es ja wirklich sobald es abends kühler wird zurzeit wenn das viel gras klettert die infizierte ameise an einer pflanze in poren beißt sich dort fest man könnte meinen der parasit manipulierte den wirt um in den körper des entwirts zu gelangen prämatoden also es gibt pilze die dann quasi tiere leiten die larven dieses parasiten nisten sich im hirn bestimmter fisch fischarten ein die infizierten fische schwimmen darauf an die wasseroberflechte wo sie verbleiben bis sie von den meeresvögel gefressen werden gibt es die sachen wirklich alle leukochloridium der sporizisten die sporizisten dieses parasiten entwickeln sich in den fühlern der schnecke wo sie wie würmer pulsieren sie verändern ihr das verhalten der schnecke und zwingen sie dazu auf die vorderseite eines blattes zu kriechen wo sie gut von vögeln gesehen werden kann weil sie alle dann auf die vögel quasi drauf springen wollen oder wie die schweinchen muss ich hier hin gut er steht dann drehen wir mal um aber ich mache die tür mal auf den fall dass wir die hier noch nicht geöffnet haben haben sie tatsächlich hier führt das her ja aber ich glaube dass es das egal ist jetzt gibt es sagt ihr das ist ja unheimlich ob das wir fast hier hin müssen oder dahin müssen wir zwischen ziel hier ist das bar der ball saal da müssen wir den ganz müssen doch ich glaube wir sind schon richtig wir müssen jetzt tatsächlich hier lang hier hoch und hier ist nix mehr und hier ist auch nix mehr und die tür da geht nicht auf wort die geht auf die gegen vorhin nicht auf weil ich das dagegen gelaufen bin man sie mal die rüstung die könntest du sicher als kugelsichere weste nehmen ein bisschen zu altmodisch für meinen geschmack die würde dir bestimmt super stehen jetzt flirte sie zurück leon dein letzter satz hat uns in probleme gebracht man jetzt kommen wir da nicht mal raus kleiner schlüssel irgendwie das gefühl dass die leben die sehen irgendwie lebendiger aus oh mein gott zu irgendwas abschließen oh ja bang bang interview das war es wohl wollte ich gar nicht sieht aus wie eine arena oben noch ja bitte bitte war da oben war da bitte oben gutes mädchen was die ist noch 16 17 okay dann habe ich fahrter gefühle oh löwenkopf und jetzt geht die kacke ab löwenkopf gehalten was sollte ich wusste es kommt schon das ist doch nicht euer ernst was mache ich denn da jetzt kann ich lieber besiegen kann ich da in den zippel hier annäher müssen wir zu zweit machen kann man die besiegen oh ja da sind dinger drin oh lauf oh lord wie soll ich denn da durchkommen ok oje oje mini oje Oh, nice. Oh. Sehr gut. Mach doch mal Laternen-Action. Und Spinel. Wow, ich sag mir hier Spinels ein. Ja, gib's ihnen. Ashley ist gut. Halt dich lieber fern. Ist doch süß. Von da oben kann doch nichts passieren. Oh, shit. Oh, aua, aua, aua. Oh Gott, Hilfe. Ashley, Feuer. Ashley. Lass mich kurz mal meine Kräuter mischen. Lass mich kurz mal meine Kräuter mischen. Hallo meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin hier gerade am Überleben. So kann ich jetzt mal wieder... Oh ja, now we talking. Oh ja, now we talking. Verdammt. Fahr zur Hölle, du rostiges Stück Scheiße. Ja, genau so. Mit dein Spinel. Okay, den trifft man schwer. Mit dein Spinel. Oh shit. Okay, den musste ich auf mich zurennen lassen. Und dann muss ich wegrennen. Äh, Ashley, magst du nochmal Feuer schmeißen? Ich muss euch ja ehrlich sagen, ich bin schuldig gefasst. Bist du okay? Ja, komm da mal runter. Ja. Buenas noches, Caballeros. Oh. Boah, wie die auch runterplatschen lässt, ne? Alles okay? Ne, ich hab nur meine Schulter ausgekugelt. Nein. Danke für die Hilfe. Oh. Süß. Bleib hinter mir. Nein, du sollst das hier drücken. Okay, bist sicher. Okay. So. You know what to do. Cute. Actually, ziemlich cute. Und ganz viel Spinels haben wir eingesammelt. Alles klar. Die bewegen sich aber nicht, oder? Oh. Jetzt kann ich die ganzen Schätze holen. Geilo. Stimmt, ne? Wir wissen gar nicht mehr, was sich jetzt bewegt und was nicht. So, und wo krieg ich jetzt meinen letzten Kopf her? Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Haha, kann ich die anderen... So, yes. Ach, da ist er ja. Okay. Ey, das passt nicht. Ja. Jetzt hab ich grad schon Angst. Gib mir das! Gib mir das! So. Sehr schön. Haben wir irgendwo was Verschlossenes? Irgendwo... Oh, da liegt noch ne Blendgranate. Oh, das hol ich mir noch. Ah, ich seh, du hast dich um einen aufkrass. Das hol ich mir noch. Blendgranaten, Leute. Blendgranaten. Blendgranaten. Oh, ich hab ne Ratte. Wo? Nach vorne. Wo ist die Ratte? Oh, da. Armes, kleines Ding. Aber du bringst mir leider zu viel Glück. Spiel doch nicht mit mir. So. Felsige Buchwürmer. So, hier muss noch irgendwo was liegen. Ah. Catch a grenade for you. So. Look at this. Ich weiß, die Ratten sind arm, aber wir brauchen sie. Danke für die ganzen Subs. Die lese ich nachher vorher, kleinen Süßes. Wir kommen und sie bleiben und wir gehen hier nicht mehr weg. Yes. Ich weiß. Die Matilda. Oh. Schatz Castle. Unbedingt. Oder, Leute? Yes. Deswegen haben wir die Schätze nicht gesehen. Hier ist direkt einer. Was? Oh. Guck mal, das hätte ich gar nicht gesehen. Direkt vor meiner Nase, Mensch. Oh Gott, das hätte ich gar nicht gesehen ohne die Hilfe. Hier sind auch noch voll viele. Cool. So, lass mal gucken. Was, was, was beschmücken wir hier jetzt mit Edelsteinen? Gar nichts. Super. Holzen. Butterfly. Hä, wo sind meine... Wo sind meine ganzen... Habe ich gerade irgendwas verpackt? Wäre das dann alles? Wäre das dann alles? Ah, ich habe nur die Spinels, ne? Äh... Tauschen. Weiß ja nicht, ob ich davon was holen soll. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben. Wo wir unsere Ware her haben. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, rotes Grau zu finden. Das finde ich aber nicht so toll. Was interessiert es mich, rotes Grau zu finden? Der Koffer? Aber die... Der macht ja nicht mal irgendwie mehr Platz. Der Koffer macht nicht mehr Platz. Ein Aktenkopf aus Leder erhöht die Wahrscheinlichkeit, rotes Grau zu finden. Also das tut mich jetzt nicht... Sonderlich... Äh... Überzeugen. Aber er sieht schön aus. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe L zu finden. Ah, ne, also... Du kannst den letzten... Ja, ja, wir lassen das mal hier. Erstmal. Ich versuche, dass ich das mal jetzt pimpe. Und dann verkaufen wir nochmal richtig schön viel. Ja. So. Nimm meinen Koffer. Aber ich habe schon einen Koffer. Ich habe schon den für acht Spinell damals geholt. Ich habe schon so einen Special-Koffer. Rohstoffe doch... Rohstoffe brauchst du doch für Munition, oder nicht? Ach, undercover. Ist es so, dass ich dann wirklich mehr finde? Ey, Leon. Ah! 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 Ich lauf nicht weg! Das wäre aber besser. Für uns alle. Acht auf mich, Leon! Nein, Girl! Was tust du? Oh, oh. Oh nein, was? Will ich? Oh mein Gott, wir sind so am Arsch. Um Gottes Willen, wir sind so am Arsch. Wow, ich habe diese Aufgabe Weg ausleuchten. Oh Gott. Der KVM und L ist größer und hat mehr Platz. Okay, dann hole ich den nachher. Versprochen. Oh mein Gott, warum passiert das jetzt? Hast du mich erschreckt? Blöde Ratte. Also jetzt darfst du nicht mehr so laut atmen, weil sonst sind wir tot. Oh Gott, ich weiß schon, was passiert. Ist das eine Uhr? Der Weg zum geheimen Mausoleum. Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so habe Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Oh mein Gott. Nee, ich habe aber Angst. Ah, müssen die vielleicht da nach unten? Mann, ich habe gedacht, die müssen da hin. Müssen sie auch, oder? Hm. Passt aber nicht. Und zack. Die Zeiger sind verstellbar. Kann aber die Uhrzeit nicht. Die müssen wir jetzt wahrscheinlich rausfinden. Und zwar hier. Hier wird irgendwas Ätzendes passieren. Auf einmal nicht mehr so toll ohne Leon. Ich warte auf den Tag, ob die im Gegner kommen. Oh nein. Oh Gott. Shit, irgendwas wird passieren. Kann ich da rein? Nee, war ja klar ein Schlüssel. Oh Gott, ich weiß schon, was passieren wird. Das sind alles Rüstungen, die bestimmt dann rauskommen. Muss ich jetzt ohne Licht da rein? Ist doch pervers. Wer macht denn sowas freiwillig? Führt vielleicht zu einem geheimen Zimmer oder so. Warum gibst du nur dein Lämpel her? Oh Gott. Ihr habt es alle gehört. Oh Gott. Oh Gott. I knew it. Oh Gott, so zu laufen muss das so anstrengend sein. Ach wegen meinem Licht. Aahhh. Now I understand. Ih, das Auge. Komm ich da vorbei? Aahhh. Oh Gott! Oh, welcher ist das? Oh, shit. Ja, Leute, welcher ist es? Der? Drück doch den Knopf! Oh Gott, das war sicherlich nicht die erste Stresssequenz, Leute. Was ist jetzt? Oh Gott! 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 Nämlich alles dann schon echt gruselig. Oh Gott, Hilfe. Nicht umsehen, nicht umsehen. Oh Gott. Furchtbar. Die Arme. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hab einfach nur Schiss. Ich will doch einfach nur leben. Mann, verpisst euch sicherlich. Bom, bom, bom. Oh Gott, es wird nicht besser. Mach schon, mach schon. Aber ich hab noch... Oh Gott, Hilfe, was? Du Arsch. Glaub ich dir. Oh Gott, ich glaub, das wird jetzt noch schlimmer. Das war erst der Anfang. Wir sind einfach so viele. Ich renn jetzt durch und schrei um mein Leben. Oh, hier ist was. Oh mein Gott, was? Oh nein, ich muss... Ich will nicht mehr. Oh Gott, ich muss die alle drücken. Ich glaub, ich bin dead. Das war ne Sackgasse. Oh shit. Oh Gott. Bitte geh zu, bitte geh zu, bitte geh zu, bitte geh zu, bitte geh zu. Oh nein, ein goldener Ritter. Ein goldener Ritter. Wir sind am Arsch. Ich muss meine Lampe jetzt wegtun, kann das sein? Oh Gott, nein. Ich muss meine Lampe jetzt wegtun, Leute. Wir sind im Ass. Wir sind am Arsch. Was ist da drin? Oh Gott, dieses dumme Wappen, ne? Oh mein Gott. Was war das? Ihr hört aber noch alles, oder? Ist noch alles gut. Muss ich hier irgendwie... Ah, ich muss hier irgendwas umdrehen, oder? Ah, ich muss die Lampen richtig ordnen. Das ist ein... Ah, dann muss ich die austauschen. Ah, nee, doch nicht. Hier kommt die dann hin. Hier kommt der Stern hin. Hier der Mond. Ah, das stimmt doch. Hier kommt doch der Halbmond hin. Oder ist da der Halbmond? So, passt doch. Und dann kommt hier das Sternchen hin. Und dann kommt hier das hin. Ich will's gar nicht nehmen. Weil ich weiß, dass es dann abgeht. Nein, 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 nein. Nein, nicht ausgehen. Oh mein Gott. Lauf. Oh Gott, lauf. Lauf, lauf, Leon. Es ist jetzt dunkel. Und der Goldene. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Ich hätte ein bisschen Angst, dass der Aufzug nicht mehr geht. Aber das Schlimmste kommt ja noch. Ich bin hier noch lange nicht draußen. Oh Gott, das ist jetzt dunkel. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. I totally don't. Oh mein Gott, das mache ich jetzt. Ausdribbeln, oder? Ausdribbeln. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Du Sack und tschüss. Oh Gott. Bitte nicht noch einer. Bitte nicht noch einer. Wo ist dieses Verdammte? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Bin ich überhaupt richtig? Shit, ich glaube, ich bin falsch, oder? Wohin muss ich? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich renne gerade irgendwo hin. Ah, okay, ich bin richtig gut. Ich wusste es nicht mehr. Wohin? Ah, hier. Ja, schnell. Ich wusste es gar nicht. Ich dachte, ich bin falsch. Mach auf. Oh Gott, Leon, die Scheiße ist rum. Nein. Ich glaube an dich, so wie du an mich glaubst. Ich hole dich da nicht raus. Was sie da durchtrifft. Kommst du runter? Ich fang dich. Oh, darauf habe ich gewartet. Ja, ist gut. Huch, war das übel. Nein. Ashley! Nein. Nein. Shit. Mensch, die wollte doch gefangen werden. Die ist ja schlimmer als die PJ. Wie oft will die denn entführt werden? Sie hätte echt die Treppe nehmen können, ne? Ich glaube, da oben nicht. Da waren nur die Leiter. Aber die hätte sie runterboxen können. Oh, Herr Hader. Ach, dieser, dieser, dieser Kamerawinkel ist unnötig. Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Ist doch Reska, oder? Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalt ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Bayonetta-Kamera-Winkel. Oh, hab ich reingeklickt. Direkt Spoiler. Aber nett, dass sie mir Bescheid sagt. Super. Immer noch dieselbe. Okay, wo müssen wir hin? Thronsaal. Oh, da hat es überall Bernstein hieß. Schatz, Schatz. Aber da war ich noch nicht. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist der Thronsaal? Da wird ja gar nichts angezeigt. Zum Thronsaal gehen jetzt. Da. Komme ich da hin? Über hier, ne? Ah, hier. Da war mir noch gar nicht drin. Ich suche nach einer mutigen Seele, die dieses Monstrum von einem Ritter beseitigt. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Wo hat sie ihr Schätze? Ich habe hier ganz viele Schätze wahrgenommen. Die sind aber scheinbar alle über mir, oder? Okay, jetzt bin ich hier, wo sie war. Das heißt, sie hat den ganzen Scheiß hier verursacht und wir müssen jetzt aufräumen. Das ist toll. Da habe ich jetzt Bock drauf. Oh, Ratte. Wo? Mhm, mhm. Da. Ha. Yes. Ja, freu dich nicht so sehr. Die Bibliothek. Da komme ich jetzt gleich hin. Das kannst du mich schätzen. Für mich. Es ist hier einfach viel zu ruhig. Da wartet der ungalante Ritter. Lass mal kurz die Bibliothek machen. Obwohl. Sollen wir kurz das machen? Ich glaube, ich gehe erst kurz hier runter, oder? Weil das glaube ich, das ist glaube ich der Gegner. Oder Bibliothek. Was mache ich als erstes, Leute? Wir probieren mal den Gegner, oder? Ich glaube, das gibt einen fetten Preis. Falls ich es nicht überlebe. Ich habe es probiert. Ja, Gegner, Gegner. Es ist echt ein geiles Gamer. Es macht auch echt Spaß, einfach so Nebenmissionen zu machen, wenn man so toll belohnt wird. So, die muss jetzt warten. Ich mache jetzt erst mal noch ein paar Gegner. So, kann ich denn irgendwas bitte craften noch von Munition? Nein, okay. Suspendet, gute Unterhaltung. Dankeschön. Oh Gott. Wartet der da hinten? Oh nein. Wie töte ich den denn? Hallo, Darkness, my old friend. Okay, Zeit für ein Tritt in den Blech, Arsch, Jungs. Oh shit, das sind da mehrere. Äh, I wasn't ready for this. Machen wir erst mal die anderen platt. Ganz in Ruhe. Okay, der muss erst mal angreifen. Oh shit. Oh shit. Gar nicht so leicht. Ohne Ashleys Hilfe. Komm schon, greif mich an. Boah. Boah. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, I'm fine. Was geht hier ab? Wolltet ihr einfach die kleine Ashle killen, ihr Schweine? Ui, ich muss hier erstmal looten. Looten, damit wir erstmal richtig belohnt, dass man hier runtergestapft ist, dass man sich getraut hat. Oh, Magno-Munition. Was wird mir denn hier alles Feines angekündigt? Ich glaube, ich werde welf. Geil. Okay, tschüss. Danke. Bitte gib mir... Ich will unbedingt noch... Ich warte noch. Ich möchte noch unbedingt ein bisschen Schott-Munikern. Aber die war eigentlich auch gerade überhaupt nicht schlecht. Davon, die war auch richtig nice. Ich brauch nur mehr Schießpulver. Okay, I'm ready. So, dann müssen wir jetzt hier rein in die Tür da oben. Was war das? Ich mach dir alle platt. Weil ich möchte gerne nach hinten. Da hat's einen Schatz. So, Ruhe jetzt. Ruhe, bitte. Da geht's hoch. Da war ich noch gar nicht. Ich möchte die gerne alle platt machen. Das ist eine Kurbel. Weil da hinten hat's nämlich einen Schatz. Müsst ihr wissen. Ein Spiele. Ich hab nämlich den Schatz mir da oben gemerkt. Wisst ihr, weil ich ein kleiner Geier bin. Ja. Flupp. So, das brauchen wir. So, und dann noch einmal. Oh, ein Sturmi. Super. Und ich hab keinen Platz. Oh nein. Lässt du dich da überhaupt was machen? Hm. Ich will nicht den ganzen Weg zurück. Okay, okay. Ihr hattet recht. Ich hätte mir den großen, dummen Kopf verholen sollen. Sag mal, kann ich jetzt nix anfangen? Nur bolzen? Mann. Na gut. Ich bin gewillt, wiederzukommen. Und zu gucken, wo ich eine Schreibmaschine finde. Um Dinge zu verstauen. Und zwar ganz schnell. Weil den und die hol ich mir. Ist die überhaupt... Ist es überhaupt wert? Fragen wir es mal so. Ist sie es wert, geholt zu werden? Da oben ist doch eine Schreibmaschine. Weil du musst den ganzen Weg zurück. Ja. Ja, sagt ihr. Okay, dann lass mich mal kurz... ...da nicht lang, sondern... ...hier zurückgehen. Weil dann würde ich nämlich auch kurz einen größeren Koffer holen. Wenn wir schon dabei sind. Bin ich hier richtig? Ja. Ein Gnu auf Umwegen. Was ist los, Leon? Hast du Kopfschmerzen? Ging ja schnell. Ist ja gar nicht so weit. Bäm. Ich sehe, du hast dich um einen auf. Ich wusste, auf dich gar nicht zählen. Schau mal. Ich hab was Neues für dich, Partner. So, gib mal deinen Koffer her. So. Die Aktenkoffer wechseln. Gute Instinkt kommen jederzeit wieder. So, Aktenkoffer aufbewahren. Koffer anpassen. Den will ich jetzt. Der ist ja gar nicht größer. Okay. Äh, was können wir... Ah, genau. Wir können ja auch die ganzen Sachen hier pimpen. Edelsteine. Yay. 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 So. Haben wir hierfür noch irgendwas? Nee. Aber ist nicht schlimm. Willkommen. Kann ich nämlich dieses Ding hier verkaufen. Besten Dank. Und kann auch nochmal gucken, ob ich hier... Ein bisschen was Tune... Koffer unterkaufen. Was? Welchen sollte ich kaufen? Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Also ich kann dir dein Waffenmenü eine Waffe ablegen. Stirb mir da draußen nicht weg. Meinst du hier? Aber ich will halt keine ablegen. Ich mag die alle. Ich find's doof. Warum kann ich denn meine Munition nicht ablegen? Tatsächlich haben die Las Plagas auch nichts mit dem T-Virus zu tun. Sie sind eine uralte Spezies. Ähnlich wie in dem achten Teil. Ah, mit dem Myceten. Die Plagas wurde damals Salazar seiner Familie versiegelt, weil bis Sadler aufgetaucht ist und Salazar auf seine Seite zog. Salazar befiehlt, die Plagas wieder freizulassen und an anderen zu forschen. Aha. Koffer kaufen ist kaufen und nicht bei tauschen. Nicht bei tauschen. Warte mal. Koffer anpassen. Den hab ich jetzt. Talisman euch auch gar keine. Der Händler sieht einfach aus wie Xur. Was? Also ich verstehe jetzt nicht, warum ich mein ganzes Stuff hier... Also ich kann halt die Heilpackets... Jetzt mach ich mal weg. Mach ich mal weg. So, da hab ich ja genug. So, aber das hast du ja auch die Munitionen. Die kann ich nur wegwerfen. Beim Händler unten kaufen. Ach, da meint ihr den Platz noch. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Ah, jetzt... Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollst dir leicht fallen. Uh. Okay, kann ich noch irgendwas verkaufen? Weil das hätte ich schon ganz gern. Im Grab bringt ein hervorragender Deal. Der ist ziemlich gekommen. Yay, look at this. Geil, oh. Okay. Gut, danke, ey. Vielen, vielen Dank. Super, 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 ihr kleinen Stinkis. Geil, jetzt haben wir einen größeren Koffer. Und der rote sorgt dafür, dass ich mehr Ding finde. Mehr Munition und so, gell? Ich geh ganz kurz Pipi machen, Leute. Pipi! Koffer verkaufen. Wen soll ich verkaufen? Pipi kaufen. Ich bin, 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 ich bin Amen. 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 Okay. So. Nur verkauf doch den silbergrauen Koffer. Kann ich den jetzt verkaufen? Kann ich gar nicht. Ich kann den nicht verkaufen. Geht nicht. Ich sortiere auch gleich. Hallo Thomas, hallo kleinen Schnitzel. Schön, dass ihr da seid. Ich bin sehr erfreut, euch hier antreffen zu dürfen. Ach, da gibt es auch einen Schweigerpunkt. Oh mein Gott, was? Ach, über mir ist das. Oh Mann. Okay. I'm ready for this. Ich muss überdenken haben. Bang, bang, into your room. Bang, bang, all over you. Wait a minute, let me take you there. Ich kann nicht singen, aber es mir egal. Nicht heute richtig? Nee. Wo muss ich hin? Da muss ich durch. Da lang. Waren hier vorne nicht viel mehr? Die Rüstungs-Dudes. So, jetzt. Guck mal, extra wieder für die Waffe hierher gekommen. I'm coming fire. So, jetzt sortieren wir das mal schee. Lepp. Lepp. Echte Resident Evil Fans. Freuen sich darüber. Dass sie hier sortieren dürfen. Kleine Sortierbären. So, jetzt machen wir hier mal schön Platz. Yay. Die geht bestimmt ab. Machen wir die hier oben hin. Was hat denn die für Munition eigentlich? Wir probieren die einfach aus. Das gute Stück. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Gehen wir mal nach unten. Ashley hat so viele Sachen übersehen. Ah, da kann ich gar nicht lang. Da. Hier. Aber da ist ja immer noch ein Schlüssel. Hab den Schatz doch jetzt geholt. Oder gibt's da noch einen anderen? Hier ist noch einer, kann das sein? Oh. Hier? Ah. Oh. Kleiner Schlüssel. Wieso kann ich den hier nicht benutzen? Ach, Kacke. Da brauch ich den Schlüssel von Ashley. Oh, nein. Das müssen wir uns merken. Da brauchen wir den Schlüssel von ihr. Oh, ärgerlich. Oh, ärgerlich. Hm. Hm. Okay. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, zurück. Und dann hier einfach durch die Tür. Weil runter... ...bringt ja nix. Und hoch auch nicht. Okay. Da war dieser Aufzug. Hier kann man speichern. Hier hat's auch Schätze. Gut, dass ich noch mal hier hoch bin. So. Und das jetzt noch einmal drehen. So. Hallo, Cutie Cat. Oh, ein Goldfuchsi. Nein. Da waren die ganzen Schlüssel von ihr. Oh, Gott. Brauche ich sie dazu noch? Oder kommen wir da noch mal hin? Oh, wie ärgerlich. Kann ich jetzt hier nicht endlich mal... ...diese dumme Dinge hier runter treten? Ja. Finally. Hm. Endlich, Mann. Dann kann ich einfach hier lang. Look. Bäm. Bäm. Wie viel Angriff hat diese Waffe? Das ging jetzt ein bisschen schnell. Ja, geht eigentlich. Aber die kann man, glaube ich, richtig... Scheißungeziefer. Die kann man richtig knödeln. Ey. Das ging ein bisschen schnell. Was? Leon, mach die auf. Hier müssen irgendwie Treppen runtergehen. Äh, ich komme hier gar nicht lang. Komme ich da nicht hoch? Hätte mich ja auch sehr gewundert. Schnauze! Wurde eigentlich schlafen. Oh, es tut mir leid. Und dann komme ich mit meiner lauten Waffe da um die Ecke. Bang, bang. Into your cheese, Pulver. So, erinnert mich immer wieder auf die Kärtchen zu gucken. Ja, sehr gut. Nimm es an dich. Das gehört alles dir. Ich glaube, da ist die. Die Ashley. Chroniken der Arbeiten 1. Juli. Zwei Jahre nach meinem Erwachen. Ramon, mein über alles erhabener Herr und Gebieter, hat mir die wahrscheinlich rechtschaffene Aufgabe erteilt, die Schwächen unserer menschlichen Form zu überkommen, nach Perfektion zu streben, wie sie in unseren gliederfüßigen Geschwistern beobachten. Ich werde diese Sache bereitwillig mein Leben widmen. Januar, vier Jahre nach meinem Erwachen. Mein Erfolg steht und fällt mit der Frage, ob ich die schwarze Flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen Körper betragen kann. Die Gebärmutter ist der Schlüssel. Reine Seelen haben sich längst als äußerst formbar und anpassungsfähig erwiesen. Januar, sechs Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe die heiligen Larven und die Auserwählten in ihrem Gebärmutter tragen nach mir benannt. U2. Sie sollen das Ansehen meines Familiennamens tragen, ganz als ob ich sie aus meinem eigenen Fleisch geboren hätte. Und U2 haben nun in etwa die Größe eines erwachsenen Menschen und sie fressen und vermehren sich ohne Unterlasse. Das sind die zwei großen Bodyguards, die da immer mit ihm mitlaufen. Mein Herr hat mein Bemühen gewürdigt und mir sein Lob erteilt. Er hat Gefallen an den U2 gefunden und nennt sie Novis Tardores, die Ungesehenen. Mir wurde mitgeteilt, dass sogar seine Helligkeit, seine Helligkeit, Lord Settler, höchstpersönlich seine Zufriedenheit mit meiner Arbeit Ausdruck verliehen hat. Welch große Ehre. Ich kann durch den Schleier meiner Freudentränen kaum erkennen, was ich schreibe. Sein treuer Diener ist Doro Uriate Dallavera. Okay. Ist okay für mich. Ich hinterfrag das hier alles gar nicht mehr. Ich mach einfach nur noch... Boah. Fesch. Krasser Raum. Sieht aus, würde hier gleich ein Bosskampf stattfinden. Wenn ich mal ehrlich sein darf. Alter, hinten ist was. Das meinte ich nicht, aber schön, dass ich es gefunden habe. Ehrlich, Ramon. Man über den Kammerjäger nachgedacht. Oh, ich hab kein Ammonie mehr. Äh. Jetzt not so guti. Hey. Wo leben? Einer weniger. Iuuuuh. Die können auch kriechen. Das ist ja eklig. Langsam hab ich genug. Ja. Okay, aber immerhin brauchen sie nur zwei. Oh, es benebelt gleich meinen Roundhouse-Kick in die Fresse. Da ist noch einer. Uuuh, geh weg. So dramatisch. Kollege, bist du gerade wieder aufgestanden? Oh, ein Saffir. Kann es sein, dass es für Special-Kills irgendwie was Special-haftes gibt? Wo lebt denn hier noch einer? Oh, okay. Oh, okay. Oh Gott, ich lasse überhören. Okay. Hier exploden einfach mal. Boah, wie viel kommt denn da noch? Reicht jetzt auch mal. Wo komme ich da rüber? Da kommen wir nicht rein. Er hat halt voll Schiss, dass es hier alles einbricht. Aber hey. Da gibt's einen Schatz. Irgendwo hier drin. Witzig. Es lohnt sich echt immer wieder aufs Kärzchen zu gucken. So, und die Tür ist zu. Ah, jetzt ist sie offen. Und wo führt die hin? Ah, hier hin. Aha. Oder hinten ist noch ein Schatz. Oh. Hey, Kollege. So geht das aber nicht. So. Oh, schwere Granate. Äh. Die sind über mir. Ein Schmuckkäfer. Aua. So. Okay, dann gehen wir da rein. Geht nicht. Mann, ich will da rein. Hallo, Laiki. Oh, endlich mal Ruhe hier. Nee, ist immer noch nicht. So, jetzt muss es noch irgendwo weitergehen. Ich glaub, da hinten eventuell. Geht's hier Treppen hoch? Ah, ja. Ah, da war ich ja schon. Wo geht's denn sonst noch weiter? Weiß jemand, wo es noch einen Schalter gibt? Hallo, alle miteinander. Ah, ich glaub, ich bin ja gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube doch, dass ich hierher kam. Oder auch nicht. Ich würde sehr begrüßen, wenn er endlich mal alle einfach nur sterbt. Es nimmt kein Ende. Ja. Oh. Dann mixen wir doch mal. Dann können wir nämlich den kleinen Racker hier auch aufnehmen. Und zwar hier hin. Oh, Mann, ey. Ihr nervt mich. So, jetzt schaltet eure ätzende Musik endlich aus. Das gibt's doch nicht. Wie viele gibt's denn von denen? Kann er nicht mal treffen. So, jetzt ist mal gut hier. Bin hinter. Wie Tetris. So. Schnauze alle, ey. Lass mich doch mal ankommen hier. So, herstellen. Ja, Gewehrmunition sage ich nicht. Nein. Dann spare ich aber noch ein bisschen. Okay, die braucht auch Gewehrmunition. Minenaufsätze. Das wird immer wilder hier. Ich muss sagen, sie hat uns ganz schön Ärger bereitet. Hm. Dann behaltet sie doch einfach. Ich kann mich an das alles gar nicht mehr erinnern. War das alles wirklich so? Es muss einen Weg geben, die Brücke zu senken. Ja, Sack los. Das kennt man doch, Leon. Äh. Da fehlt noch irgendwo ein Sack, Kerl. Bawoo. 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 Gibt's hier sonst noch irgendwelche Schätze? Nein. Wo hängt's denn? Rudi. Ein bisschen oben an der oberen Seite der Brücke. Oben an der oberen Seite der Brücke. Ist das vielleicht unten noch was? Oh, da ist ein... Da ist ein gelber Fleck, der mir sagt, dass da irgendwas ist. Ja, witzig. Der gelbe Fleck verrät's mir. Lustig. Danke, Leute. So. Wir haben eine schwere Granate. Das ist gut. Das, äh, seh ich gern. So. Äh, das soll ich hin. Hallo? Oh nein. Oh nein. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Kann aber auch zu meinem Guten sein. Wenn die den dann töten, wisst ihr? Oh, hau ab. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Genau das wollte ich. Hier. Sehr gut. Wäre es sinnvoll, da eine Grenade reinzuballern? Okay, ihr macht es schon. Oh nein, ich bin da weg. Oh Gott, nein, Hilfe. Das war ganz dumm. Töte ihn. Oh Gott. Könnt ihr mal chillen ganz kurz? Hui, wild. Oh shit, da kommen immer wieder neue, ne? Ist da irgendwann auch mal Schluss oder kommen die jetzt immer wieder neu? Oh mein Gott, woher wusste er das? Töte ihn, nicht mich. Wieso wisst ihr immer ungefähr, wo ich bin, Mann? Oh mein Gott. Das ist wirklich zum Kotzen. Bitte verpisst euch einfach mal. Oh shit, oh shit, ganz vergessen. Oh mein Gott, das ist so eine Schwitzerpassage. Ah ja, das habe ich verdient. Oh, ist okay. Ist okay, ich gehe. Alles gut. Oh Gott. Nein, lass mich. Scheiße. Oh Gott, das ist so eine Schwitzerpassage. Das ist so eine Schwitzerpassage. Oh Gott. Dreh dich um. Komm schon, Schatzi. Dreh dich um. Nicht in die Richtung. Gib mir deine sexy Bag. Puh. Das war ein bisschen... Ich hätte die Glocken viel mehr verwenden müssen. Oh, ich habe ein Horn eines Hornes. Boah, das war aber intenso. Noch ein Horn eines Hornes. Ich glaube, ich musste die töten. Aber das war ein bisschen anstrengend. Ich hätte die Glocken mehr verwenden sollen. Oh, ich... Oh, ich... Nee, Bolzen brauchen wir nicht. Uh, ey. Minenaufsätze. Ein Horn eines Hornes. Unten war noch irgendeine Vase. Da war ich so schüchtern, um die kaputt zu machen. Aber ich glaube... Ich habe sie kaputt gemacht. Ich würde mal gerne gucken, ob ich hier was herstellen kann. Ich glaube, wir haben fast keine Pistolen-Money mehr. Und ich hätte unfassbar gern noch ein bisschen... Von meiner Short-Flint. Jetzt kann ich die schon wieder nicht machen, Mann. Oh, Mann. Ich brauche echt mehr... Sheezy. More of the Sheezy's. Puh. Oh, eine Blendgranate. Die lasse ich mir nicht entgehen. Blendgranaten sind richtig gut. Das Spiel ist echt eine Herausforderung. Und ich spiele ja nicht im harten Modus, ey. Okay. Oh, oh. Ashley. Oh, holy shit. Ich dachte, wir haben jetzt dich verkratzt. Leon, stopp! Komm nicht näher! Bist du verletzt? Pass auf! Bitte, fahrt fort. Nein! Wär dich nicht, liebens. Glaub mir. Die Qualen wären nur noch unerträglicher. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das war so aus. Wir sind hier in der Weile des Oh! wie lange soll die noch durchhalten die wird jedes mal toter wenn wir sie sehen sie sind jedes mal lebt die nicht mehr wird jedes mal mit mehr eliminiert und wir jedes mal halte durch auch so erledigt man die ich glaube nur so mit diesen nur mit diesen sprüchen schafft man es am ende hier durch habe nur dann schaffst du es am ende nicht komplett durchzudrehen falsche richtung der wackelt er macht das gleiche das ist nicht mal eine punktlandung der leon ist echt durch seit dem zweiten game also kann es auch nie wieder normales leben führen nach diesem fiebertraum hier oh gott oh nein die geht die geht die geht die geht die geht die geht das muss gerade mal diese ekelhafte brühe an ey widerlich oh gott da vorne leuchtet doch schon was sind wieder diese dummen fliegedinger aber ist gut dass die jetzt denken dass ich tot bin kann ich da bitte hoch eigentlich sollte er hoch kommen aber er kann es natürlich nicht auch mein gott du sau Oh, Mann, ey. Wo muss ich hier lang? Ja, treppen. Nein. Muss ich da jetzt runterjumpen? Ich will da gar nicht rein. Oh Gott. Um Jottes Willen. Okay, links oder rechts? Ätzend. Ich hasse diese Dinger so sehr. Boah, ey. Ich hab sogar noch getroffen. Oh, Notiz eines Gefangenen. Ein weiterer Tod. Wie lang ist es her, seit ich hier runtergeworfen wurde? Das magere bisschen zu essen, das wir zu Anfang bekamen, ist aufgebraucht und sie geben uns nicht mehr. Mein Körper schmerzt verhungert. Der Durst ist unerträglich. Die meisten sind dazu übergegangen, das schwarze Wasser zu trinken. Der erste, den es erwischt hatte, war Hermenio. Er war so schwach, dass er nicht einmal laufen konnte. Doch dann geriet er auf einmal völlig außer sich. Als er sich endlich wieder beruhigte, waren zwei tot. Wir sollten diese dunkle Flüssigkeit nicht trinken. Nun hat der Tod auch meinen guten Freund Abelado zu sich geholt. Er hat bis zum Ende gekämpft. Das Einzige, was mir blieb, ist, ihre toten Körper zu ehren und zu beten, dass ihre Seelen Frieden finden würden. Oh Herr, warum stellst du uns auf solch eine Probe? Oh yeah, ne Krohn. Geilo. Ich muss aber leider noch mal rein in die Brühe, Leute. Äh, Leon, Licht. Ich brauch keine Forelle, Mann. Da kommt ja die Forelle jetzt auf einmal her. Er würde sowas tun. Will er rein? Was bin ich da? Wie komme ich denn da rein? Da kann ich doch durch. Ich kann da doch durchgriffen. Oh Mann. Ey, das ist immer ernsthaft. Wie komme ich da rein? War ich hier vielleicht doch richtig? Hat die mal ne Idee? Geht doch. Super. So, dann mischen wir das hier direkt mal. Gelbes und grünes. Einmal mehr Heilung. Geht. Okay, dann hoch. Oh je, der Virus. Licht, danke. Oh, so viel Ratten. Ich habe ja meine Mission schon gemacht. Da vorne ist unser Freund. Hier ist auch noch irgendein Schatz. Oh nice. Also wirklich, das ist so viel wert, diese Karte. Den hätte ich sowas von verpasst. Ja, ich liebe diese blaue Flamme. Diese aggressive Lillanet-Flamme. Warum tust du dir nicht was Gutes? Tu ich doch. Deswegen bin ich hier, Brudi. So, lass uns erst mal gucken, was wir hier pimpen können. Edelsteine einsetzen. Yay. Äh, yay. Yay. So. Dann haben wir hier nochmal die blauen. Und nochmal einen. Auf einmal so viele Edelsteine. Was ist los? Mhm. Bup. Und bup. So. Verkaufen. Was kriegst du einmal? Puh, was gibt es denn so Neues zu kaufen? Gar nichts. Aber Rohstoffe hier fände ich schon mal ein bisschen nice. Yo. Und zwar kann ich nämlich jetzt endlich das hier herstellen. Und kann ich hier noch was herstellen? Nee, da brauche ich nochmal fünf. Ich kann nur Rohstoffe kaufen. Blendgranate wäre nicht schlecht. Schwere Granate ist glaube ich auch geil. Ich würde sonst mal gucken, ob ich noch hier pimpen kann. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Hier würde ich gerne noch pimpen. Kann ich noch was verkaufen? Ah ja, den hier. Besten Dank. Probier mal auf angenehme Reise. So. So. So, aus hätte ich mich verbeugt. Das wollte ich aber gar nicht. So. Oh, Rüstung gleich kaputt. Willkommen. Na dann. Was kann ich für dich tun? Ach, kann ich noch gar nicht reparieren? Den Schmuckkäfer kann ich doch verkaufen, oder? Ob Robine oder Ramsch ist ein hervorragender Deal. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Für die kommen jederzeit wieder. Okay. Weiter geht's, weiter geht's. Antragssteller Isido Uriate Talavera. Tag der Einbauarbeiten. 2. November 2002. Der Einbau der letzten Monate beantragt Flüssigstickstoffduschen für Notfälle. Oh nein. Was wollt ihr jetzt von mir? Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Bitte. Wieso muss ich immer überall draufdrücken? Oh, das war so dumm. Okay, ich lerne. Drücke nicht auf Knöpfe. Chroniken der Arbeit. Mai, neun Jahre nach meinem Erwachen. Sobald ich dieses Ventil öffne, wird schwarze Flüssigkeit in meine Venen geschröben und sich in meinem ganzen Körper verteilen. Dies wird vermutlich die schmerzvollste Erfahrung in meinem Leben. Ich kann es kaum erwarten, es ist eine Ehre, die heiligen Venen der Wiedergeburt durchleiden zu müssen. Bei meinem nächsten Erwachen werde ich ein wahrer Diener meines Gebieters Ramon sein. Ich, Isidoro Uriate Talavera, schwöre hiermit feierlich. Ich werde die Grenzen der Menschlichkeit übertreffen und ein wahrer Diener Gottes werden. Ich werde die Ketzer finden und ihr Henker sein. Ich hätte da keinen Bock drauf. Hab ich dich. Lass mal gucken, wo geht sie denn hin? Da geht's auch noch. Da ist ein Diamant. Oh nein, es war dumm. Du suchst gar nicht nach mir. Und ich war auch sicherlich... kein Geier. Was kommt denn da jetzt? Kann ich das jetzt vielleicht... Oh. Heiße Richtung, oder? Ich hab's noch nicht gesehen und es macht mir Unmut. Das schnurrt da hinten rum. Oh. Oh. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier, was hier rumgeiert? Oh mein Gott! Oh Gott, Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, lass mich! Oh Gott, das Ding ist es! So gefällst du mir schon besser! Oh, kann das heißen, dass ich es gar nicht töten kann? Frag mich nicht, wie ich das überleben konnte, ich weiß es nicht! Oh Gott! Was passiert da denn überhaupt? Was wirst du tun? Gar nichts wirst du tun, oh Gott! Tschüss! Das ist hier ernsthaft vorbeigelaufen, wie dumm ist denn das Ding? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es kommt hier rein! Kampf! Es gibt keinen Kampf! Das ist hier! Oh Gott! Oh Gott! Ah, Euston, du hast eine Problem? muss ich das eigentlich umbringen oder muss ich also muss ich kann ich den töten muss ich den töten oder kann ich einfach nur davon laufen und schreien weiß es jemand eventuell töten aber kann ich das auch mit meinen normalen waffen töten oder nämlich nicht so aus auch schild ist kaputt Oh oh. Oh shit, der ist so hart. Das kann doch nicht sein, dass ich den töten muss, oder? Ist das wirklich so? Muss ich den wirklich eliminieren? Aber gar keine Muni mehr, ey. Ach komm, leck mich. Und tschau, tschüss. Tschüss. Okay, das war intense Rino. Oh, mit Gas danach kam. Uiuiuiui. Hat der Aufzug aber lang gebraucht. So, jetzt loot ich aber erstmal alles vorzüglich langsam hier. So, da ist die Entschädigung. Wo ist noch Entschädigung? Da war doch vorhin so ein komischer Raum. Ich hole mir das jetzt alles. Da liegt noch irgendwo Munition. So, ist jetzt alles meins. Unverschämt. Ist hier noch irgendwas? Da hinten ist noch ein grünes Kraut. Das hole ich mir auch. Ich kann das gerade alles echt gebrauchen. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe mir in den Magen getreten. Ja, da gibt es ja noch so einen Kackdude. There is someone different from this Kackdude. So, lass mal hier die Kräuterchen mischen. Das war unangenehm. Vor allem, weil ich gar nicht wusste, ob ich die überhaupt besiegen muss oder nicht. Frechheit. So, hier war dann noch dieser vorzügliche Raum, bei dem ich mich noch in Ruhe umschauen wollte. Diese Leute sind doch gestört. Ja, der arme Dude. Da gibt es dann nichts mehr. Okay, dann gehe ich jetzt in den Aufzug. Erst mal alles nachladen. Und Munition machen. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder davon was. Und... Ja, wir haben immer so wenig Schießpulver. Hallo, ihr Süßes. Die Beams. Genau, die Schnellgranaten. Ausrüsten. Äh... Ausrüsten. Nee. Schnell Zugriff. Machen wir da hin. Ja. Oh nein. Das kann ja nur Ashley sein. War das Chris? Das war doch nicht Chris, oder? Hä? Wer war denn das? Oder war er das? Er war das? Oder war das Rester? Ich mach dir einen guten Preis. Browser, oh mein Gott, den gibt's ja auch noch. Oh nein, stimmt. Geht's dir besser? Ja. Scheint zu wirken. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Uff. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panther. Retten wir Prinzessin Dulcinea. Du tust dir bloß weh. Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut. Ich komm ja. Warum hilfst du mir? Was ist da für dich drin? Kein Grund, misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. Ich hab da was. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Ja, ich glaub du hast wie ne neue Schatzkarte, oder? Und das? Ne, doch nicht. Doch, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Easter Egg. Na dann, was kann ich für dich tun? Easter Egg, weil wir schon so lang spielen. So witzig, weil das schon so lang her ist, das Game. Äh, das hier. Soll ich den behalten? Mit außergewöhnlichen Design lässt sich sicher verkaufen. Soll ich den verkaufen? Den hab ich ja von diesem Boot bekommen. Oder ist es dann wie das Auge von diesem einen Endboss, wo ihr sagt, Nein, verkauf das nicht. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Kann ich das verkaufen, dieses goldenes Monokel, oder soll ich das behalten? Behalt erstmal. Okay. Gut. Dann hab ich auch erstmal nichts. Datum, 11. Oktober. Heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Meine Tochter wird fünf und was mache ich? Ich sitze in einem versifften Boot auf dem Weg zum Arsch der Welt. Wenn die Bezahlung nicht gut wäre, würde sich garantiert keiner freiwillig dazu bereit erklären. Aber zum Arbeiten die Pampa zu fahren. 19. Oktober. Die in der Burg ermahnenden und sich unständig bei der Ausgrabung besondere Vorsichtiges vorzugehen. Aber ein paar der Arbeiter sind zusammengebrochen, nachdem sie bloß etwas Staub eingeatmet haben. Irgendwas verschweigen die uns hier. Es gibt zu viele Ungereimheiten. Ich habe auch angefangen zu husten, sollte schlafen. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Allein heute habe ich dreimal Blut gespuckt. Ich fühle mich schwach und kann mich kaum bewegen. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich wollte bloß Geld verdienen. Aber wie es aussieht, zahle ich jetzt den Preis. Ich bin ein beschissener Vater. Seit morgen Kopf... Äh... Arbeit nicht... Warum mein Meer hustet Blut? Krabbeln viele Insekten. Höre Stimmen. Ein herrlicher Tag zum Arbeiten. Das Ausgraben bereitet mir solche Freude. Ich bin durch und durch glücklich. Alles gebe ich für euch. Lord Sadler. Das ist irre geworden. Es geht hoch. Speicher erst mal. Kling. Klar, 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 klar. Nicht so leicht, jemandem zu vertrauen, der mal für Umbrella gearbeitet hat. Du weißt es also. Umbrella ist der Leben. Um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. Glaube ich dir nicht. Hm, TNT. Hab ich nicht. Hey, seit wann ist das hier eine Sackgasse? Da ging es eigentlich zum Ausgang. Dann müssen wir jetzt wohl in die M4. Bisschen Until Dawn-Vibes. Scheint als hätten wir Gesellschaft. Was machen wir? Um Gottes Willen, ey. Wenn ich das zerstöre, hören die mich. Ich hab so Lust, da drauf zu schießen. Komm, wir klieren die Ecke. Hey, da ist ein Schatz. Oh nein. weiß ich glaube mir mama mama ich habe weg da um und weg auch ihr schweine das sind laut oder ich mache ein bisschen leiser immer so schwer in den kämpfen ist immer so übertrieben laut genau mehr mal durch deine masse durch ach komm wisst ihr was okay da halt man ist in ruhe den kettensägen man das war nicht leicht so hohe jetzt kann ich nämlich ganz in ruhe kann ich nämlich ganz in ruhe hier jetzt alles mal einsammeln da kann ich immer ein bisschen schuss wieder ich brauche mal unbedingt das hier und noch mal und kann ich schon wieder nicht nein bitte nicht nein vom schießt hierhin und nein die kann doch auch explodieren die explodiert doch auch gott wie lange hält dieses dumme ding denn die müsste doch eigentlich ja geht doch so haben wir endlich mal ein bisschen ruhe ich würde immer gerne in ruhe alles mal looten so kommen wir fangen einfach mal an zu looten geht nicht auf okay so jetzt habe ich nämlich ruhe bis jetzt kann ich ganz gemütlich alles looten alles anschauen das da oben hätte ich nie gesehen sehr schön nehme ich jetzt auch wenn ich stinke okay so hier geht es nicht lang kann ich da irgendwie mal wieder hoch soll da irgendwie auch wieder hochkommen ich habe den schatz oben verballert na gut geht es wurde dies gute nacht an alle die schlafen gehen ah okay ah okay ich verstehe komme ich da nämlich wieder rein so was kann ich da jetzt herstellen gewehr brauchen wir jetzt und noch ein bisschen platz langsam kein platz mehr ich würde es aber gern mitnehmen ich kann dir nichts mehr einsparen an platz sehe ich das korrekt man ach da sind schon wieder leute alle nur hinter mir her was habe ich euch denn getan na gut eigentlich eine dumme frage so hallo ihr kleinen stinkies oh man touch it oh nein das wollte ich eigentlich nicht ich wollte es eigentlich verhindern so schnauzen jetzt hier ist aber noch ein dynamite hier schaut mal keine sanduhr auch munition erhalten da haben wir es doch unser dynamite das sollte uns weiterhelfen hua lassen wir das hier nicht schlecht mein freund ja macht kurzen prozess mit der sackgasse schießpulver kann ich mir jetzt noch ein bisschen yeah yeah ich muss unbedingt mal mein ding ein bisschen leer räumen mein kofferchen ist ein busy voll ah ich bekomme unendlich munition von dem guten herrn was das dynamite wurde in lagerraum m1 verlagert das haben wir schon gefunden gut egal nein ihr fragt euch jetzt nicht was passiert wäre wenn ich dort stehen geblieben wäre wer gestorben genau so genau so bitte klippen so many days to die ihr habt's gewusst ihr habt's gewusst habt nur drauf gewartet weil ihr sadisten seid deswegen steht er auch hier ne so hältst dich erstaunlich gut sicher dass du bloß ein forscher bist ich bin nur ein normaler typ der zufällig gut bei frauen ankommt oh neim ich bin sicherlich nicht bereit für diesen kampf du schuldest mir was oh mein god yo 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 okay okay was genau das jetzt von mir verlangt okay ah ok i understand oh louis sieht nicht gut aus bringt nix ne muss ja drauf stehen heißt es wir müssen den in dem moment da oben erst mal die schwachpunkte abschießen oder ja jetzt okay dazu muss ich den erst mal hierher bringen okay der ist dead genau den müssen wir da drauf packen oh munition halten ja munition erhalten danke genau das bedeutet den müssen wir hier drauf bringen jetzt äh super hast du toll gemacht oh shit der ist direkt auf mir drauf oh scheiße aua oh mein gott schade schala la 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 schade was will er denn was soll er denn was will er denn ich weiß halt nicht was ich tun soll oh shit er hat dynamit für dich aber er bringt es mir ja nicht er gibt es mir ja nicht verstehe seinen plan nicht ich muss den riesen hinlocken zu ihm ah ok und jetzt muss ich da drauf schießen oh ich könnte ihn umbringen ne ja ciao das muss wehtun ey das muss schrecklich sein das äh vor allem wie schnell wir diesen riesen fertig gemacht haben lass mich muss erstmal gucken ob es hier noch Loot gibt da hinten hat es noch ein Muni brauche ich alles nicht mehr nochmal 5 Schuss na gut ok na los ja ich muss echt mal die zwei Messer wegpallen so wie heißt diese kleinen Messerchen da so und dann mache ich nämlich das hier dann kann ich nämlich hier hinten das auch noch nehmen und kann nix kombinieren kann ich das vielleicht trotzdem herstellen hier wäre Muni geht so so jetzt nice nice alles 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 Kollege ich will hier hoch sag bitte nicht dass wir es jetzt nicht können weil du hier runter gesprungen bist oh mein Gott ich glaube dass es jetzt nicht mehr geht was geht da hoch man ach so ich sollte die Tür rechts welche Tür hier oh Gott zum Glück ich dachte schon es wäre jetzt ein Bug ich habe nicht gesehen dass er schon aufgemacht hat äh Mann war das die pferchen die Dinger sogar hier unten ein das hier ist für sie heiliger Boden hier unten haben sie Las Plagas entdeckt eingeschlossen in uralte Bernstein vorkommen naja ist ja gut na klar was auch sonst irgendwo Edelsteine du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren siehst du noch eine andere Möglichkeit okay das ist so wahnsinnig dass ich direkt verspeichern muss und gleich mal guck was hier noch alles in mein Ding passt ich verstehe nicht warum ich meine Munition nicht verstauen kann ihr ich verstehe es einfach nicht oh mein Gott wen nennst du hier Sancho na also wir fahren damit sollten wir etwas Zeit geben ich glaube nicht was ich hier mache hey wir haben es eilig oder ach übrigens was noch stehst du auf Nervenkitzel nein oh mein Gott mir gefällt es auch gar nicht dass ich unendlich Muni habe ne seht ihr das ich habe unendlich Muni oh Gott oh mein Gott scheiße das Ding wird kippen hey wir kippen scheiße äh hey äh oh mein Gott wir sind amorsch ach ja genau wo kommen die denn her keine Zeit sorry musst du noch laden links Kurve scheiße das Ding wird kippen boah stress doch nicht so oh mein Gott Fiebertraum oh mein Gott Fiebertraum okay okay ciao also Leute keine Ahnung ob das korrekt war er hat nichts gesagt ich habe es einfach gemacht oh Gott das war falsch oder oh Gott das war falsch oder was das träum weiter jetzt geht es erst richtig los oh Brody ey Schatz oh direkt hier hat es irgendwo einen jetzt einen Schatz genau hier irgendwo seht ihr was ich höre doch auch was quietschen ich höre doch auch was quietschen ich höre doch auch was quietschen Ah, hier. Oh. Leute, was ist denn los mit euch? Oh mein Gott, er hat's fallen lassen. Stille Nacht, heilige Nacht. Minov setze ich, ich schmeiß es jetzt mal weg. So. Ich höre doch irgendwo so ein Ding. Hier oben, wie lange habe ich schon so eins nicht mehr gesehen? Gott, ich habe davon erst 16 Stück, äh, erst 4 Stück von 16. Wie viel habe ich von den Dingern verpasst? Oh nein. Please. Please. Don't do this to me. Oh mein Gott. Da ist irgendwo noch Munition. Ah, komm, egal. Die Brille, muss ich mal gucken, ich weiß es gar nicht mehr. Bei uns ist ein Special Laden. Ich guck gleich mal, auf der Brille was steht. Nein, nein, ich weiß doch Bescheid, Brudy. Äh, ja. Hey. Okay, okay. Okay, okay. Machst mal deinen Schädel weg. Oh shit. Oh ja, das war's jetzt. Ja, ja, das war's jetzt. Scheiße, das Ding wird tippen. Mehr Brenner. Hey. Hey. Wir entgleisen. Hilf mir mal kurz. Genau, übertreib doch nicht. Warum schieße ich denn nicht? Ich verstehe nicht, warum der nicht schießt, der Penner. Der geht immer nach unten. Was soll denn das? Schieß doch einfach und duckt dich nicht immer so dumm. Bruder. Ich weiß nicht, ob die Leute sich alle perfekt zeitgleich in ihrem Waggon abseilen. Oh shit. Ja. Oh Gott. Oh, der ist schon dead, sorry. Dem geht's nicht gut. Ich glaub, der buggt. Ich glaub, der buggt. Der ist auf der falschen Seite, oder? Oh mein Gott. Hey, wir kippen zur Seite. Alles easy. Uiuiuiui. Nein, Mann. Entspann dich. Oh mein Gott. Schrecklich. Oh shit. Ja, genau. Oh mein Gott. Genau. Aber eigentlich passt es ganz gut. Komm. Wir nehmen die. Womit hab ich das verdient? Auf dem Weg außenrum kommen wir auch hin. Na los. Ist das nervig. Yay. Da hinten ist Licht. Licht heißt immer Luft. Oder auch nicht. Ich hab so Schiss, dass hier was einbricht. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Diese Dinger können sich tarnen. Ja, ich hab's gemerkt. Okay, bitte zerstöre die Eingänge zu dieser, ihrer riesigen Brutstätte. Oh Gott. Sorry, ich hatte Lust. Also der Dude, der bringt halt gar nichts, ne? Egal, wie oft er drauf schießt. Oh, holy. Oh. 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 Wir kommen hier zusammen hoch. Was, wir kommen hier nicht hoch? Kommen wir nicht hoch? Okay. Upp. Magnum. Die tun mir gerade eine Magnum ganz schön anpreisen hier. Beziehungsweise schmackhaft machen. Ich hasse Insekten. Wie wär's, wenn du dich um die kümmerst? Wie wär's mit weniger reden und mehr schießen? Hey, ich hab das Köpchen, du die Muskeln. Trinkt es überhaupt was da oben drauf zu schießen? Komm, wir locken die mal hier an. Bringt es nix, wenn ich da auf dieses ekelige Ding da schieße. Oh, ach so, oh, gar nicht gesehen, Huff. Das Schweinchen, du. Da kann ich doch 100 Bruder aufschießen. Ja, geht doch. Noch das kursierende Ding da oben, 100 Bruder auch. Ah, das sind diese Insekten-Dinger da. Ah. Das ist ekelhaft einfach nur. Wie so ein richtiger Eiter-Durchfall, der da rauskommt. Neue Devower-Map hab ich schon längst gespielt und durchgespielt. Findet ihr auf meinem Zweitkanal verspieltes Clou. Ich hab dich gesehen. Wanna play Hide and Seek? Ich wusste es. Ein Nurt. Du kleines Stinky. Ist irgendwo... Aha, eine Kiste. Oh, ein Goldblättchen L. Rohstoffe, Rohstoffe. Wir müssen noch auf den... Wir müssen noch auf weitere Eiterbobbel achten. Es ist ja angelehnt, dass sie so wenig Schüsse brauchen. Ist da noch ein anderer alter Bobbel? Ich seh's. Da. Mission erfüllt. Mission erfüllt. Geil. So, lass mal gucken hier. Edelsteinchen, bam. Edelsteinchen, bam. Dann können wir auch endlich das hier fertig machen. Oder die Krone können wir noch nicht fertig machen. Edelsteinchen einsetzen hier unten. So, dann ist es auch fertig. Dann fehlt eigentlich nur noch das hier. Edelstein einsetzen. Da brauch ich aber noch zwei... ...längliche. Ja, leider. Okay, geht noch nicht. Aber okay. So. Ich hab' Gefühl, das ist Edel viel größer und länger. Auf jeden Fall. Deutlich, deutlich, deutlich. Nicht erledigt. Da weiß man solche Technik doch zu schätzen. Ich kapier's nicht. Warum dein Leben riskieren? Du kennst uns doch gar nicht. Hab' ich doch gesagt. Damit ich mich besser fühle. Komm schon, sei einmal ehrlich. Los Illuminados. Ich hab' für sie gearbeitet. Siehst du, wusste ich's doch. Euch zu helfen, macht das nicht wieder gut. Das weiß ich. Was tauschen wir? Rotes gegen ein Blaues? Okay, mach ich gleich. Danke. Maul. Wenn ihr sich immer zusammenreißen, muss ich nicht zöcheln. Jetzt passiert was. Denn, wenn wir erst mal hier sind, bedeutet, dass wir sind fast... Ich wusste es. Fast was. Luis! Oh nein. Hä? Lange nicht gesehen, Rookie. Major Krauser? Was soll das? Warum? Sicherung von Diebesgut. Und nebenbei beseitigung von ein paar Herden. Einfacher Job. Ashley. Das waren Sie. Du kapierst schnell! Holy... Holy... Was hab' ich dich gelehrt? Messer sind schneller. Mit dem hatte ich mein Anfangstraining, ne? Oh, um Gottes Willen. Nicht schlecht! Nein. 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 Wir fangen gerade erst an, Rookie. Zuerst möchte ich aber erst mal mein rotes Katzenauge, das blaue, gegen das andere austauschen. So, jetzt kann ich dir auf die Fresse hauen. Waffen bringen wahrscheinlich nichts, oder? Darf ich auch mit Waffen kämpfen? Also, ich werd doch jetzt nicht so doof sein und mit dem einen auf zwei Schwertchen-Duell machen hier. Aber ich bin doch nicht beschockt. Bäm. Oder? Ich bombe den jetzt um. Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Ich nehme keine Waffen. Was bin ich denn für ein Idiot? Oh mein Gott, Kerle. Das hat nichts mit denen zu tun. Ich hab mich hierzu entschieden als freier Mann. Äh, wie kann ich nochmal abwehren? Major! Sie können nicht klar denken! Oh, falsche Richtung. Aua! Ich denke klar wie nicht zuvor. Jetzt konzentrier dich und zeig mir, was du kannst. Höra! Sie haben uns getötet. Keine Ehre. Keine Klage. Holy moly. Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu wollen? Ich slice dich. Ich verstehe sie ja. Was passiert ist, ist unverzeihlich. Aber sie können deshalb nicht unschuldigen Menschen schaden. Leon, magst du dich mal umdrehen? Der ist hinter dir. Du bist immer noch ein Kind, das eher eine Fantasie ist. Genug gespielt, Floki. Du hast dich kein Stück verändert. Was für eine Enttäuschung. Warum kann der so hoch springen? Oh je, der Arme. Nicht gut aus, Herr, mein Freund. Ein herber Verlust für die Frauen dieser Welt. Nicht reden. Nimm den. Der Schlüssel zu meinem Labor. Geh dorthin. Und entferne die verdammten Parasiten. Hilfe. Ashley. 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 Ich habe ein scheiß Leben geführt. Aber jetzt, ha? Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder? Ja. Awww. Also, ich erinnere mich an den Messerkampf. Aber war das alles so? Auch mit der Bahn und so? War das alles so? War das so? Ja, er war nett. Er war ein Libby. Ein Libby. Oh, er war ein Held. Oh, die Klos sind richtig drauf. Kann ich dir noch looten? Krause hört sich an wie Bowser. Bla, 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 bla. Sonst ist hier glaub ich nix mehr. Jetzt lauf ich wieder alleine. Traurig. Super sad. Nett. Ada? Ganz schön nett. So, hier ist jetzt irgendeine Tür. Kann man die entriegeln? Yes. Und dann sind wir wo nochmal? Ah, hier. Now I see. Und jetzt ganz viele. Schande der Familie. Auftrag. Ramons Portrait verunstalten. Kann mir bitte jemand dabei helfen, ein gestohlenes Schmuckstück zurückzuholen? Das ist eine Kräsch, die Bizzette. Süß. Hast du einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Kann ich dir an der Nasenspitze ablesen? Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Erstmal tue ich dir Gutes. Ich habe hier nämlich eine Weinkanne. Und ich habe hier einen Goldfluss. Und ich habe hier eine Sanduhr. Und ich habe ein Goldblättchen. Ein hervorragender Deal. Und das goldene Monokel nicht, gell? Noch nicht verkaufen. So, und jetzt würde ich gerne meine Sachen pimpen. Erst einmal. Und die eingestellte Waffel kompensiert mangelndes Können, Partner. Probier mal, ob es passt. Magazinfeuerrad. Die verwende ich halt gerne nach. Ladegeschwindigkeit wäre halt episch. Magazingröße, yay. Bist du beeindruckt? Was hat er denn noch so? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Und mein Messer. Hier, wie du es haben wolltest, komm jederzeit wieder. So, damit kann ich leben. Meine Weste reparieren. Jetzt schon. Wofür kann ich dich begeistern? Die ist ja noch gar nicht kaputt. Gute Abend. Das nächste Mal warte ich aber noch, bis sie kaputt ist. So, hier ist nichts mehr. Und dann fahren wir mal weiter. Let's go, meine Freunde. Tucka, 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 tucka. Halte durch. Come on, 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 come on. Ashley, oh. So, das ist aber ein letztes Mal, dass ich die rette, ey. Auch zehnmal muss sie auch mal auf sich selber aufpassen. Sie ist schon dreimal gerettet. Irgendwann ist auch mal gut. Wie viele Vasen habe ich in diesem Spiel schon zerstört? Ich würde gerne... ...das hier reinstopfen, sodass ich das verwenden kann und dass ich das nachladen kann. Eine Schweigeminute für Luis. Ich will den endlich töten. Ach komm, wie oft hast du das versucht, du Lappen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Somos du mal mit. Ich würde einfach sagen, ich warte, oder? Bis die Meute kommt. Das ist mein Schwert kaputt gegangen, du blöde Sau. Du bist es nicht wert. Ist hier noch irgendwo ein Schatz oder so? Oh ja, eine Menge. Warte mal, hier ist ein Schatz. Hä, hier ist ein Schatz? Aber nicht auf meiner Ebene. Hier hinten soll einer sein. Soll hier einer sein? Ne, da. Ah, hello. Yay. Okay, die holen wir uns jetzt alle, die Schätze. Dann geh mal hoch. War wohl nix. War der eine Schatz hier schon? Nee. Gehst du? Gehst du? Okay. Ja, lass dir Zeit. Dankeschön. Dankeschön. Bussi. Äh, was? Aha. Okay, ich hab verstanden. Ich geh da hoch. Ich geh da hoch. Ich geh da hoch. La, 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 la. Jetzt weiß ich, warum es hier so viele verdammte Dinge gibt. Kann ich mal unten gucken, ob es hier noch irgendwo... einen Schatz gibt? Da oben. Hier ist irgendwo ein Schatz. Da oben. Ja, den wollte ich. Ja, ha. Hier geht's wirklich heiß her. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ey. oh mein gott was war denn das was war denn das nein nein okay ich darf wieder hier anfangen so ihr seid alle einfach nur fehlerhaft runtergeslidet oh mein gott dein ernst schau leon kannst du rennen ich habe halt gerade keine wahl ja gerade ein bisschen schwierig ein bisschen sehr schwierig auch noch mein akku gleich leer man muss immer alles auf einmal so welche sau ist das hier So, erwarten wir kurz, bis es hier vorbei ist. Komm, was für ein Beschiss. Du Schwein. Rauf. So, los damit. So cozy gerade, sagt jemand einfach abschuldig. So cozy. Okay, kann man das noch betätigen? Okay, da passiert, glaube ich, gar nichts. Extravagante Uhr. Okay, ciao. Chuchu, ich mach das mal kurz alles hier schick. Oh, die Musik gefällt mir nicht. Kann es sein, dass hier gleich unangenehme Dinge geschehen? Oh nein, der ist schon wieder. So, jetzt. Gut. Jetzt verwandelt sich schon mal keiner mehr. Jetzt erstmal Ruhe hier. So, ich kann jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Schießpulver erstellen. Yay. Und vielleicht noch ein bisschen was. Nein, das war es schon wieder. Ach, super. Ah. Ah. Noch wer? Fängt nicht mal dran. Das sagt ja so oft, ne? Der arme Dude. Oh nein. Okay, mehr eliminieren kann man nicht. Die ganze Muni, die will ich aber auch, oh mein Gott. Später aber zurückhaben. Das war ein Stress. Oh, du Sau. Wo war das? Ich will, dass es hier endlich anhält. Ja. Ach, guck mal, die sterben einfach alle. Die fallen jetzt einfach alle tot um, weil die hier nicht sein dürfen. Oh, dieser Sohn. Aber sie darf hier sein, oder was? Komm, Messerkampf. Okay, komm, Messerkampf. So, hast du davon. Danke übrigens an meine Motzis, die auch alles mitmachen. Das ist nicht selbstverständlich. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh mein Gott. Da würde ich ja durchdrehen. Das wäre gar nichts für mich. Was ist das? Unterspringen? Ah, glubschen. Glubschen. Mei, oh mei. Er hat dein Partner kein Problem damit, wenn du ein paar Stunden lang zockst? Nee. Wir arbeiten beide sehr viel. Ich habe ihm das schon gesagt, dass ich es sehr lang spielen werde. Und er hat bis jetzt fleißig gelernt für eine Prüfung. Und dann habe ich gesagt, dann geh doch jetzt noch ein bisschen zu deinen Freunden, weil ich spiele bestimmt noch eine Weile. Und dann hat er gesagt, okay. Oh, oh. Oh, oh. So. Wartet nicht auf mich. So, hier muss irgendwo ein Schatz sein. Da oben. Wie viele Diamanten es da eigentlich gibt. Oh shit. Okay, man darf nicht rennen. Hoch. Okay, man darf nicht rennen. Oh Gott. Das werden sie sich zunutze machen, Leute. Das werden die sich zunutze machen. Bedeutet nämlich, ich darf später, wenn ich voll im Stress bin, bei den Dingern nicht rennen. Oh Gott. Geht doch. Nicht so gut wie vorhin, aber passt. Okay, ich renne nicht. Okay. Wo redet hier denn eine? Wo geht's denn da hin? Wo? Oh. Okay, cool. Okay. Hier kann ich noch einen gelben einsetzen. Nee, kann ich auch nicht. Oh Mensch. Aber ich hab noch ein paar Sachen, die ich sonst verkaufen kann. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Äh. Goldplättchen. Ein hervorragender Deal. Ich würde trotzdem gerne die Krone jetzt verkaufen. Oder macht es noch so viel Unterschied, wenn ich da noch eins hab? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Äh. Eine Waffe, den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Probier mal, ob's passt. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich... So, Cutting. Das ist jetzt aber kein Final-Boss-Kampf hier schon, oder? Wieso sagt er das? Nee, ist doch nicht schon der Final-Boss-Kampf jetzt, oder? Ist das jetzt schon durch die Tür? Nee, oder? Ich muss doch auch noch irgendwie zurück ins Village mal können. Okay. Okay, noch nicht, ne? Ich speichere jetzt mal. Für den Fall kann ich ja immer noch zurückgehen. Aber ich glaube nicht, dass... Äh. Das jetzt schon so weit ist. I don't think so. Was kann ich machen? Gewehrmunition. Lieben wir. Oh, die hab ich bis jetzt noch kein einziges Mal gebraucht. Die schmeiß ich jetzt weg. Die ist einfach nur Platz wegnehmen. Nervt. Okay. Aber ist kein Boss-Fight-Boss-Fight. Also ich kann noch mal zum... Er labert auf einmal. Aber das ist nicht der Final-Boss-Boss-Kampf. Das meine ich. Also ich kann schon noch mal zurück. Weil sonst würde ich halt jetzt all in gehen und... Das ist aber kein Final-Boss. Nicht der letzte. Okay, gut. Weil das meine ich. Sonst hätte ich nämlich noch einige Sachen mehr verkauft. So. Das meine ich nämlich. So. Okay. Bis wohl die nur wisse. Glaub ich sollte trotzdem mal alles nachladen. Ist es. Und dann let's go. Oh Gott. Hiermit übergebe ich dir das Mädchen, wie versprochen. Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit seines treuen Dieners, Ramon. Jetzt kann ich den ja nicht töten. Jetzt kann ich den ja nicht töten. Das war doch sicherlich nicht das Ende. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sie sind in meinem Drehbuch nicht mehr als eine Nebenfigur. Werden Sie also nicht selbstgefällig. Sie haben Ihren großen Auftritt. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Und warum zeigen Sie mir nicht für ein erstwertiges Drehbuch auszusehen. Machen Sie es mir vor. Der sieht es mich noch. Oh shit. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Wo ist er denn? Shit. War verpasst. Was zur Hölle? Der pisst es hier runter. Das ist ja ekelhaft. Da bin ich nicht, Freundchen. Jetzt frage ich dich. Nö. Oh shit, du Sack. Ich bin aber auch so langsam. Oh Gott, jetzt messer ich dich. So, bam. Him. Schnell, 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 schnell. Oh nein, oh nein. Verdammt. Ich hab die Nerven verloren. Oh. Oh. Lippenrusch. Muss ich die ganzen Sachen behalten? Das kam plötzlich, ey. Fahr mal so ruhig. Mit dem Messer geht's besser, ne? Mit dem Messer machst du echt schnell die Finisher. Und umso besser dein Messer, glaube ich, aufgelevelt ist, umso schneller sterben die dann auch. Toll. Jetzt ist Ruhe. Im Karton. Ist hier noch irgendwo hin? Guck mal, da kann ich noch zurück. Aber wir entscheiden uns, weiterzugehen und unsere Heilung noch ein bisschen höher zu machen. Ashley. Ich darf keine Zeit verlieren. Ashley. Ich glaube, jetzt geht's noch mal back in, äh, back in die City. Oder? Das Ruhe kann ich verkaufen, sicher. Weil beim Auge seid ihr alle durchgedreht. Ihr kleinen Stinkis. In the city. Oh, gut. Wo wollen sie mit dir hin? Gute Frage. Ja, reicht jetzt auch eine Burg, wirklich? Burg reicht jetzt auch. So, was gibt's auch so? Ratten? Die interessieren uns nicht. Also ich mach hier halt wirklich den Iron Man, ne? Iron Man. Marathon und, äh, Kraftsport in einem, durchgehend, ohne Pause. Notiz der Haushälterin. Ich habe versagt, Benherr. Ich konnte euren letzten Wunsch, den Jungen vom Vater, Sündhaftigkeit abzubringen, nicht erfüllen. Bereits als er noch jung war, hatte ich noch mal Gelegenheit, einen kurzen Blick auf Ramons böse Natur zu erhaschen. Als er herausfand, dass eine Dienerin ihn hinter seinem Rücken Pulgarcito zu nennen pflegte, rief er diesen seine Privatgemächer. Er befahl ihr, vor ihm auf die Knie zu gehen. Dann zog er eine Flasche Vitriol aus seiner Tasche und sprühte es ihr mit ins Gesicht. Der junge Herr zeigte sich beim Anblick der Dienerin, wie sie sich vor Schmerz wandte, während ihr Gesicht sich von ihrem Schädel löste, voll der überschwänglichen Freude. Sein irres Grinsen verfolgte mich bis zu diesem Tag. Die Zeit verging, und sein heimtückisches Wesen verfestigte sich weiter. Und dieser Kult verstand schnell, dass sein geschundenes Herz ein gefundenes Fressen für sie war. Verdammnis den Feinden. Sie haben den jungen Herrn manipuliert und ihn zur Marinette gemacht. Am schlimmsten ist jedoch, dass sie es vollbracht haben, ihn für die Entfesselung der Plager zu benutzen, weil die Familie Salazar so lange kämpfte und sich so bemühte, für ihn zu versiegeln. Herr Diego, seid versichert, dass ich mein Lebtag über Herrn Ramon wachen werde, welches Schicksal uns auch immer ereilen mag. Als treue Dienerin der Familie Salazar seit meiner Geburt ist es meine Pflicht und buße euch gegenüber. Ah, dort hätte sie das Auge gebraucht. Wo? Wo hätte ich es gebraucht? Wenn ich noch in der Quiste stehe? Ah, im Labor war das Auge richtig, richtig. Aber das ist es jetzt ja nicht mehr, ne? Oder habe ich ihr irgendwas übersehen? Ne. Vielleicht haben sie das echt geändert. Oh, hello. Oh, fährt jetzt mit? Uh. Ab geht's. Huhu. Huhu. Hm. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat... ...alles verändert. Man rettet ein und hundert andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. What is this? Die Frage ist, hast du... ...dich verändert, Ada? ...oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Immer das Gleiche. Wie viel wiegt die, dass das so passiert? War doch grad mega komisch, oder? Dass sie das ganze Boot auf einmal so... ...so ein schweres Boot so beeinflussen kann, oder? Naja, egal. Wirkte cooler. Ähm... Ich glaube, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück, gell? Ich hätte vorhin nochmal zum Dorf zurückgehen können. Aber okay. Das sieht crazy aus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What is this? Oh mein Gott. Voller Schrank. Kann man das zerstören? Nee. Kann man nicht zerstören? Doch, winden. Oh je, Mini. Oh hey, du hast aber auch überall hingeschaffen. Ich hab was Neues reingekommen. Was könnte dich interessieren? Was Neues. Ich hab was Neues für dich. Killer. Oh, Angriff 20. Das ist, was ich derzeit habe. Boah, die Magnum. Die müssen wir uns holen. Ich brauch die Magnum. Lippenrush, hab ich gesagt. Kann ich verkaufen. Kann ich das Lippenrush verkaufen oder brauche ich das auch noch? Hier. Auf jeden Fall. Schatzkarte Insel. Und da haben wir direkt eine. Den holen wir uns jetzt auch erstmal. Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen. Kann ich da irgendwie hoch? Ohne verkaufen, oder? Wo ist der Schatz? Da ist er. Wo komme ich da hin? Okay. Verkauf jetzt dann gleich die Krone. Ah, die Apfel, komm. Ich hab was Neues für dich, Partner. Das ist halt diese goldene Monocle. Kann ich den verkaufen? Und das Rutsch? Ich kaufe fast alles. Kann ich das verkaufen? Kein Platz, dass ich nicht lache. Ich würde aber tatsächlich die hier verkaufen, weil die nutze ich gar nicht. Also ich würde gerne die verkaufen, das Sturmgewehr. Ob Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Ich verwende die nicht. Ein hervorragender Deal. Dafür lieber die Killer. Wenn du eine Waffe brauchst, dann die. Und die jetzt hochknödeln. So, was gibt's bei Koffer neu? Koffer Erweiterung. Oh, das wäre auch nice. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Angriffskraft, krass. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance hast, komm. Jederzeit wieder. Yay. I feel it. So, damit kann ich leben. So. Okay. Also der Leon traut sich was. Da komm ich ja gar nicht ran. Oh, fuck. Oh mein Gott. Was? Die wird scheitern immer direkt so. Nur wegen dir. Noch wer? Die sind alle auch ein bisschen besser equipped, sehe ich gerade. Ich geh mal kurz ein bisschen nach hinten. So. Wer will, wer hat noch nicht. Wer will, wer hat noch nicht. Oh, fitz ist der hingefallen. Der sollte gar nicht hinfallen. Der war gerade voll überfordert. Oh, der ist schon tot. Yo, also wir ballern hier echt durch. Wir sind echt super. Oh mein Gott. Ähm. Ja, wir ballern hier echt gut durch. So. Können wir mal die Kacke da irgendwie ausschalten. Oh. Los jetzt. Sorry. Keine Absicht. Genau. Sorry. Ruhe jetzt. Bam. Was? Ich bin ugly? Ah, da unten. Wie süß er sein Kerzchen hält. Oder sein... sein Molly. Kein Kerzchen. Sogar... Ist gar nicht so süß. So. Jetzt kann ich ja nämlich durch. Oder auch nicht. Was passiert eigentlich, wenn man da durchgeht? Ist das so eine Laser, der einen killt? Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube schon. Hier ist irgendwo ein Schatz. Ja, komm mal hier durch. Ah ne, die gehen hier nicht durch. Wo ist der Schatz? Der Schatz ist irgendwo hier. Ah. Hätte ich mir nie getraut. Also es ist ein Laser, der mich einfach in zwei spießt, oder? Was soll das? Ah, du. Ah. Hey, sag mal, wie viel hältst denn du aus? So. Okay, da komm ich gar nicht hinten ran, oder? Also, Leon, du musst einfach nur deine Hand durchquetschen. So schwer ist es doch nicht. Kollege. Kann ich da nicht durch? Was? Wie mache ich das dann? Ah, hier so ganz sneaky, oder? Ne, es bringt mir ja nichts. Äh. Dann echt hier unten lang? Warum einfach, wenn's auch schwer geht, gell? Aber ich komm hier irgendwie nicht durch. Den hab ich doch ausgemacht. Ach so, ich kann dich verstellen. Dann verstellen die sich aber nicht alle, oder? Ah. Ich kann die nur verstellen. Ach so. Dann kann ich jetzt hier einfach durchspatzeln. Und den kann ich dann von hier wahrscheinlich verstellen. Also, das ist echt lächerlich, dass er da nicht hoch geht. Das muss ich mal leider so sagen. Was tue ich denn jetzt? Kommt der gar nicht mehr hoch? Komm ich da durch hier? Ne, oder? Ne, oder? Okay, okay, ich hab's verstanden. Um Gottes Willen, beruhig dich. Okay, wir haben's verstanden. Glaub ich. Und jetzt geh ich doch hier lang. Da lang. Da hoch. Hier lang. Dann war das vorhin so ein Krampf. Keine Ahnung. Jetzt bin ich hier. Noch ein bisschen Munition erstellen. Vielleicht mal ein bisschen Schottflüten-Munition. Mehr geht auch schon wieder nicht. Okay. Bitte halten Sie Ihr Schnauzen. Bitte halten Sie Ihr Schnauzen. Oh nein. I knew it. Echt jetzt? Ich müsste ja immer so übertreiben, ey. Mal kurz hoch. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das Spiel. Jetzt muss so klar ist, der sie jetzt umdreht. Schießpulver. Schießpulver. Aber da bin ich direkt schon weiter oben. Will ich jetzt aber noch gar nicht. Ich glaub, da geht's direkt weiter. Will noch kurz runter und hier mal alles ablooten. Ach, mehr gibt's hier gar nicht. Achso. Achso. Auch eigentlich schon, ne? Hier gehst du noch mal weiter. Ach, da komm ich wieder zurück. Okay, wir müssen jetzt hoch. Reg dich nicht auf. Ich bin voll der Resi-Fan. Ich kann doch gerade gar nicht aufhören. Sorry. Das ist so voll mein Element. Ja, okay, es geht auch schnell. Man muss gar nicht anschleichen, glaub ich. Kackst du gerade? Schlaft alle gut. Schatz. Oh, hallo. Ein gelbes Kraut. Die ist hier ganz einsam allein unten. Äh, herstellen. Let's go. Ein Raketenwerfer. Oh, was? Oh. Ich glaub, ich bin nirgendwo sicher, ne? Ah, doch, da bin ich sicher. Sehr gut. Wir machen mit denen aber erst mal weg. Boah, ich lieb meine Shotgun so, ne? Oh. Der explodiert sich selber mal in die Luft. Nice boy. Hey. Okay, ciao. Genau, spring deine eigenen Leute in die Luft. Das ist eine sehr gute Idee. Der Raketenwerfer-Dude. Der hat doch sicherlich noch so... Ich find's so geil, dass die sich hier die ganze Zeit selber abknallen. Oh, den müssen wir jetzt eliminieren. Sonst verwandelt der sich nämlich. Ah, da oben ist noch so ein Sack. Ja. Okay, boy. Das wird jetzt wehtun. Oh, es hat richtig wehgetan. Schau mal. Weiß nicht, warum die so viel aushalten. Hat sie den Schatz verpasst? Welchen Schatz? Ach, ist nicht schlimm. Wir müssen nicht jeden Schatz handen. Hey, jetzt... Hey, es war so klar. Ja, jetzt kommt er runtergerannt. Wie doof das aussieht. Jetzt ist er weggerannt. Irgendwo. Ah, da kommt er doch. So, zeig dir mal bitte alle ganz ruhig und nervt mich nicht. Oh, shit. Ja, da würde ich mich auch für auslachen. Hey. Du kriegst eine extra Prise jetzt. Ah, die mit Elektro-Stäben nicht headshotten. Weil die einen Hellmann haben. Kann man da nicht durchschießen. Hab doch so eine starke Schusswaffe jetzt. So, Ruhe, bitte. Danke. Angenehm. Schatz? Nein. Schießpulver? Halten Sie Ashley hier fest? Tch. 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 Shit, den hätte ich gern gehabt. Tch. Das ist ehrlich dumm von dir gewesen. Tch. 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 das war so klar unfair hat zum schatz unten mein schatz wieso kann ich mich die raketenwerfer von den gegnern nehmen ach die schüsse prallen ab das war knapp guten morgen klippen 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 leute die sachen muss man klippen sagen wir auf einmal wieder mit dieser scheiße jahre wo piepst ihr denn knie knapp knappi 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 oh ja bitte gib mir die speicherung treppe hoch oder leiter ist eigentlich egal noch wer schreien da schon wieder rum ich hätte sie eigentlich da reinlaufen lassen sollen ich glaube das machen die nicht ok da geht es einfach nur hier hoch die tür da denke ich geht wahrscheinlich auch nicht auf ich weiß Leon ich weiß hallo hallo ihr klein stehen geht es schön dass sie uns so spät noch beehren schon sehe ich jetzt wieder auf dem bildschirm ashley yay ich glaube da kommt jetzt ganz viel raus gefurzt jetzt irgendwo ein schatz die hat keinen Bock mehr na Leon das sagt man aber nicht war da irgendwas da atmet schon wieder was unangenehm oh okay so schatz ist da drin lockt brauche ich einen schlüssel eine karte ich will da rein muss lieber hoch hat keinen zweck jaja b ja ja jaja Non, 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 non. so gibt es ja da gibt es auch wieder ein schatz sind ungehalten hier ist auch noch irgendwas feines drin munitionsschwierigkeiten ja mitte des spieles tatsächlich hätte ich nicht gedacht da musste ich echt ein bisschen aufpassen wieder mehr mit der pistol schießen da ich mich ein bisschen zu sehr ausgeruht auf shotgun weil ich gemerkt habe die spaß gemacht ab den mönchen und dann ging es aber wieder jetzt habe ich wieder voll den überfluss an moni ich habe jetzt auch den roten koffer da kriegt man auch super viel rohstoffe hier muss jetzt gleich der key kommen man ist das hier dunkel und verwinkelt der arme da kam ja draußen was hat er hier gemacht werden hier gebrannt ich habe da was das könnte die gefallen stinkt du hältst es hier aus es ist schon sehr beeindruckend redelsteine einsetzen wenn wir noch irgendwas hier den lippenrusch ich verkaufe das jetzt mal oder ach rotes kraut war das stimmt 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 es war rotes kraut ich missgelabert sorry kann ich das lippenrusch verkaufen mit dem edelstein bringt es mehr geld jemand der es weiß jackson scheint sich ja bringt dir dein ganzer krempel wenig ich glaube dass es das bringt so jetzt lasst mal gucken war nicht irgendwas was mir gefallen hat genau ich wollte doch diese waffe hier tunen wieder bäm probier mal wie sich das anfühlt boah ist sie stark probier mal ob es passt komm all in probier mal wie sich das anfühlt geil jemand wie du sollte den unterschied sofort bemerken geil fühlt sich's an so kann auch das hier weg das goldene monokel kann das goldene monokel auch weg und hat er vielleicht irgendwelche sachen zum tauschen ich hab was neues für dich partner was ist denn das hier eigentlich es gibt dinge die kann man nicht mit geld kaufen hochleistungsfernrohr ich mag meins aber eigentlich ja die beste müsste ich eigentlich nochmal pimpen weil ich hab nix mehr was ich sonst verkaufen könnte außer vielleicht den ich kaufe fast alles hab ja grad eh nix so okay damit kann ich leben genau in die passenden öffnungen musst du immer rein auch überall diese passenden schlüssel kann ich nicht lang oh da ist noch ein edelstein im gefrierhaus oh ein gefrierhaus monokel kann weg mein dir weil die gnus meinten weil ich das glasauge verkauft hab wegen dem alten teil waren die ganz aggro oh super wenn's mich schon wieder so anatmet oh mein gott es ist blind und schwanger kommen die hier durch die schächte oh gott jetzt geht's ab in drei zwei eins bam jetzt werde ich darüber aus erfahren labornotiz dr ernesto munso reis facharzt für pathologie der abteilungsleiter hat den antrag auf erneut ihre schlüsselkarte stattgegeben bitte gehen sie mit ihrer schlüsselkarte der stufe 1 zur sezierstation und folgen sie den anweisungen auf der nächsten seite überschreiben sie die karte für eine stufe 2 freigabe mit dem gerät gefrierhaus überschreiben sie die karte für eine stufe 3 freigabe in die inkubationsstation bitte holen sie okay okay und wo krieg ich die karte her hab ich die schlüsselkarte jetzt ich hab sie jetzt oder mhm okay ich glaub jetzt geht's ab was zur hölle ah okay die power muss da durch so das heißt so ist die power an so nicht wo muss die power ankommen bei den stromdingern die Couste die 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 Ah, ich muss am Ende auch testen, verdammt. Ich denke, wer in der Supermarktthecke ist, ist es auch. Da sind überall Schätze drin, aber komme ich da jetzt nicht rein hier? Oh mein Gott, das ist grausig. Was für Experimente veranstalten die hier? Was atmet hier doch ekelhaft. Analysebericht. Es ist soweit, ich habe neues Leben erschafft. Ich nenne ihn Regenerator. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Oh oh. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebendiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir vor Bewunderung die Hand schütteln. Ich habe der überheblichen Flachpfeife auf der Abteilung von einem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in seinen Notizen gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Das Subjekt ist durchgetreten aus dem Gewebe-Tank. Ausgebrochen. Ja, ach nee. Es läuft jetzt hier rum. Oh, die erste Karte. Nice. Okay, das Schwein werden wir jetzt... Oh Gott, ja. Das hat mich meine Mutter auch gefragt, als ich auf die Welt kam. Oh mein Gott. Da ist noch ein Schatz drin? Goldbarren brauche ich. Wie gesagt... Aua. Ja, gerne alles klippen, Leute. Gerne klippen. Ähm... Okay. Easy. Ich muss jetzt da hin. Kann ich das Ding jetzt eigentlich nicht besiegen? Oh Gott, Hilfe. Ähm, läuft mir das gerade hinterher? Ist das... Oh, kein Strom, ne? Muss den Strom einschalten. Scheiße. Kann ich das besiegen? Wo ist denn der Strom? Aber so ist doch falsch, oder? Oder? Äh, doch. Äh, doch. Ich muss das, glaube ich, ausschalten, um da durchzukommen, oder? Muss das ja einen Sinn geben. Naja, dann geht es nicht auf. Mann, lass mich. So, wo ist jetzt hier der Strom? Ah, da hinten kann ich doch diese spezielle Karte einstopfen, oder? Ach, Schießpulver, oh, verdammt. Äh, ich weiß gerade nicht, wohin. Vielleicht ganz zurück, hier. Nee. Nee. Ich wüsste halt nicht, wo... ...der sein sollte, der Strom. Ich brauche ein Ei. Okay, jetzt geht es dir wieder gut. Wo? Hier, oder? Nee, da ist doch eine Karte. Hier muss ich hin. Ah, der zeigt es mir auf der Karte. Wieso ist hier ein Hühnchen? Habt ihr das gerade auch gehört? Ich höre einen Chicken. Das ist wirklich das Huhn von Hotel Renovator. Aber hier müsste es doch sein. Hm, aber hier ist es doch. Da. Überschreibungsterminal. Und da hinten steht Ziele. Muss ich dann runter? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Hier brauche ich jemanden. Hier geht es auch nicht auf. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö wieder umschalten, oder? Den Einschalter einfach. Oh, es hat auf mich gewartet, so kleine Sau. So, wo war nochmal der Kackstrom jetzt? Genau, da brauche ich jetzt Strom. Dafür muss ich jetzt die eine Seite ausschalten. Wo war das nochmal? War das hier unten? Ja. Ohne die Karte wäre ich echt verloren. Ah, jetzt habe ich es geschnallt. Jetzt habe ich es geschnallt, du. Mensch. Stress mich nicht so. Oh, Gefrierli. So, hier kann ich es doch überschreiben. Processing, thank you for your patience. Oh nein. Nein. Oh, noch mehr Wabbeldinger. Oh, süß, wie es da steht. Nein, es ist irgendwie goldig. Nein, es ist nicht. Lass mich... Oh mein Gott, du Schwein. Aber hier ist ein Schaft und ich bin so schritzgeil. Oh nein, nicht dein Ernst. Wie soll ich denn das machen? Ah. No way. How should I do this? Wo ist der Schrank? Warum dauert das so lange? Oh, hier ist so Person, Munition. Sorry, ich war gierig. Ich war gierig. Ich bin so gierig. Das kann ich ja nicht schaffen, wenn der hier drin ist. Oder ist es nur... Muss ich diesen Scheiß-Strom jetzt ernsthaft anmachen? Oder ist es nur für diesen blöden Schatz? Ich glaube, das ist nur... Ich muss das jetzt nicht hier machen, oder? Das ist nur, um die Tür zu öffnen für den Schatz. Sind wir uns da bitte alle einig? Wenn wir die... Okay, ich bin hier raus. Da waren es schon noch zwei. Muss ich jetzt wieder Strom anmachen für die untere Seite? Oder geht es auch ohne? Oh shit. Lass mich einfach vorbei. Dann sollte man den aber auch machen, bevor das Schweinchen da ist. Kann es sein, dass die jetzt alle wecke? Können die mal bitte wegbleiben? Wenn ihr wüsstet, was ich da geweckt habe, um Gottes Willen. Wow! Oh shit, er frelt zu spät. A little bit too late to apologize. Ein greeny-crowdy. So. Was zur Hölle? Wie kann man nur so dumm sein? Verdammt, ich komme nicht weiter. Aber hinten liegt auch Munition. Kann ich das nicht hier irgendwo überschreiben? Doch, ich muss da rein und ich weiß schon, was mich erwartet. Oh nein, Leute, komm. Das ist doch uncool. Das doch, ach Handgranate, das ist doch nicht cool. Das ist doch nicht cool. Während ein kürzlichen Stromausfall erwachte, ein Testsubjekt aus der Kyrostase brach aus seinem Haltetrank aus und flüchtete. Das Subjekt konnte nach 20 Sekunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt sieben Personen starben bei dem Vorfall, 19 wurden verletzt und tote Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnten bis dato nicht aus dem Körper des Subjekts geboren werden. Ah, ein Gegenstand. Ich muss die Granaten schmeißen, damit es rausplatzt. Die Ursache für diesen Glücksunfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Oh oh, die veralteten Generatoren wurden unserem anschlussvollen Zeitplan nicht gerecht. Ich wette mit euch, dass diese Kacke hier so richtig explodet. Und dann haben wir das Problem, dass hier dann die Quarantäne abgeht. Wo kann ich das hinpacken? Stingray. Nice. Lass mal gucken, wie das... Oh. 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 Das fällt mir aber gar nicht, wenn ich das hier so geschenkt bekomme. Hm. Möchte ich das drücken? Nein. Hä? Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Das ist dein Ernst? Oh, das ist der Gegenstand in denen drin, ne? Ist das das Werkzeug? Wie kriege ich denn das raus? Kann ich das hier mit dem Warm-Dings gucken jetzt? Hm. Hat der einen Schraubenschlüssel? Oh nein. Wie kriege ich denn den da raus? Muss ich da durchschießen? Oh Gott. Wie kriegen wir den da jetzt raus? Rausschießen? Oh Gott. Hilfe. Wie kriegen wir den da jetzt raus? Rausschießen? Oh Gott. Hilfe. Warum von mir? Auf dein Herz schießen? Oh mein Gott. Das war dumm. Äh. Wo ist denn der Schraubenschlüssel? Ah da. Gib mir den Schraubenschlüssel. Gib mir den Schraubenschlüssel. Ja. Wo ist der Schraubenschlüssel? Shit. Oh jetzt. Ja. Oh, die kann man ja doch töten. Äh. Die kann man ja doch töten. Glückwunsch. So. Jetzt nervt mal nicht. Ich muss das hier mal kurz aufmachen. Danke. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Leute, ihr braucht doch gar nicht bemühen. Die sind eh schon alle draußen. Oh Gott. 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 Ah, ich dachte, die kann man töten, weil den einen haben wir doch getötet, oder nicht? Naja, wenigstens mal ein bisschen Platz im Inventar wieder. Oh. Ah, ich dachte, die kann man töten. Also, den einen konnte man ja töten. Auf die leuchtenden Dinger schießen. Gar nicht so einfach. Ah, okay. Und dann kann man sie töten. Ah. Okay, weg. Okay. Okay. Ah, si, si. Okay, nice. Ich bin auf einmal richtig schön ruhig hier. Na, 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 na. Okay, dann kann man die doch töten. Hätte mich auch genervt, wenn die unbesiegbar gewesen wären. So, jetzt haben wir mal Ruhe hier. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ah, schön. Ist auf einmal so leise hier. Ach ja. Okay, gut. Und meine Karte ist fertig. Wunderbar. Jetzt habe ich auch keine Angst mehr vor den dummen Dingern. Äh, doch habe ich, weil mein Sturmgewehr ist fast leer. Aber ist nicht so schlimm. Wir gehen jetzt hier mal durch. Ich muss die ganze Zeit denken, guess I'll catch a grenade for you. Warum sind hier... Oh, Ashley kann sich hier verstecken. Ah. Si, si. Look at this. So, jetzt kann ich wahrscheinlich nochmal die Zelle von der Ashley. Arschli, ich komme. Let's say my girl, dass ich dich hier jetzt befreie. Das ist wirklich so, du bist die einzige unbesiegbare. Du wirst wieder. Oh, oh. Leon! Wir haben Ashley wieder. Kling! 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 Bin spät. Nein. Kling! 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 Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm. Wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Für die wichtigsten Einrichtungen müssen sie sich im Peinlichtuch auf dem Berg. Es muss dort. Ada, das wandelnde Lexik. Oh, ein Rohkristall. Hello. Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Annabel geholt. Annabel. Annabel. Annabel geholt. Ich muss nachdenken. Ich muss meine Gedanken ordnen. Plageinfizierte sind Lord Zedlers Hilflose ausgeliefert. Hilflos ausgeliefert. Ich kann nicht mehr lesen, es ist zu spät. Hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen zu Tode. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi als neborenes Regenswurm fällt. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue überlegene Plage-Spezies zu entwickeln. Sie verfügt nicht über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Oh nein, offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Alle Tests, die wir durchführten, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereits. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg, aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, um die Überlebnis-Spezies zu injizieren. Annabelle ist nicht mehr sie selbst, das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt geworden, aber wenn das hier sicher niemand lesen wird. Auch wenn das hier sicherlich niemand lesen wird. Ein Fisch, ne Forelle. Ne Forelle. Oh ja, geht mal zum Berggipfel. Ah. Mach von drüben für mich. Für mich auch. Ich auch, okay? Okay. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Blaue Medaillons. Oh Gott. Oh, Stoffis. Hier wäre Munition, sehr nice. Warum tust du dir nicht was Gutes? Oh Gott. Ah, warte mal, kann ich nicht wieder irgendwelche Edelsteinchen hier reinfügen? Edelstein hinzufügen? Yay. Die lilanen vielleicht? Oh yeah. Nice. Und was auch immer das ist, ein großer Brockenrohkristall lässt sich sicher verkaufen. Geil. Ein hervorragender Deal. Oh yeah. Besten Dank. Okay, wir können richtig tunen. Mein Messer. Finally. Okay. Zusammen verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. So gut wie neu. So. Die können wir auch nochmal 100% durchbot boxen. Die auf jeden Fall. Probier mal, ob's passt. Je. Komm wieder, wenn du flüssig bist, Partner. Verdammt. Hier, wie du es haben wolltest. Okay. Stirb mir da draußen nicht weg. Was hat er denn so zum Tauschen eigentlich? Ich hab was Neues für dich, Partner. Nö, eigentlich hast du überhaupt nichts. Mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wo hast du denn da ange... So. In der Reise. Okay. I'm a happy goat. I'm a happy goat. Okay, da müssen wir hin. Danke, Leute, für die lieben Worte. Ihr seid einfach, du Cutie-Pies. Hier muss ein Schatz sein. Seht ihr irgendwas? Ist hier irgendwo was? Hängt hier irgendwo was? Hängt hier irgendwo was? Hier muss er sein. Nee. Auch nicht so schlimm. Gehen wir woanders lang. Da geht's. Oh. Ich weiß, das ist da. Ich bin da. Wir werden uns erschweren. Das war's. Bang, bang, into your room! Oh, hallo! Eins, zwei, okay, die vier sind noch hier. Hey, he's out of Ashley. Oh, hallo! Wenn man auch den Arsch schießen muss. Nur so geht's, Mann! Nur so lernen sie's! Oh, hallo! Wer hängt es da hin? Wer macht sich die Mühe? Okay, hier muss auch gleich jetzt noch ein Schad sein, wenn ich hier lang düse. Ah, ich hab's gehört. Hier hat's gequietscht. Wo quietscht's? Gequietscht's! Achso, es quietscht gar nirgends. Der war da einfach drinnen. Ich glaub, die wird weg. Und der, komm, da komm ich noch hin. Okay. Okay. Keine Chance. Ich bin der... Das ist eine Schadene. Ich bin der... Das ist eine Schadene. Und der hat sich mit ihm zu tun. Noch mehr? Ruhe bitte, danke. Oh, es hat ihm wehgetan. Nein. Besser ohne Schatz. Wo ist er, Schatz? Ich hör hier doch was quietschen. Egal. Oben, über mir, meint ihr? Wo? Oh, hier. Das ist einfach nur die Tür. Ist nicht schlimm, ich hab schon so viele Schätze. Oh, Flinte. Oh, Flintenmoni. Oh, muss denn einer halten? Okay, du musst halten. Okay, du kannst. Alles klar. Du rennst mir jetzt grad nicht hinterher. Ja, du solltest einfach nur diese Kacke da aufm halten, Mensch. Ja. Ja. Mann. Das war so klar. Lass es. Verdammt. Nimm die Haut ab. Wo ist sie denn? Oh. Hier drüben. Stehen bleiben. Nein. Nein. Hilf mir. Geht nicht. Und schau. Hilfe. Tschüss. Nein. Muss ich laufen? Ich weiß sie wohin. Ich glaub, das war's. Na ja, komm, ich hab dich jetzt so oft schon geholt, dann hol ich dich halt ein zweites Mal. Das sollte nicht das Problem sein. Das nervt, dass man das hier immer wieder alles neu machen muss. Gibt's doch nicht. Lassen wir die erstmal hier hochkommen. Lassen wir die erstmal hier hochkommen. Wo ist eigentlich der Speicher und nicht da, ne? Shit. Jetzt hätte ich nochmal zurückgegangen, wenn ich das hier fertig gemacht hab. Weil ich nicht genau weiß, was ich da drüben machen soll. Muss ich da immer alle abknallen, bis sie ihre Ruhe hat, oder wie? Oh mein Gott. Ey, jetzt. Jo. Okay. Nochmal. Das heißt, ich muss jetzt gleich einfach nur klubschen, dass die hier nicht entführt wird, oder? Aber muss ich da dann durchlaufen jetzt hier komplett? Oder wohin muss ich? Oder hier hin? Ah, komm mal. Ah, easy. Lemon squeezy. Genau. Geht's dir gut? Ja. Einer sieht's dann. Oh, was war das? Okay. Okay, nice. So einfach geht das. Okay, cool. Wenn man schon so einen Move macht. Ja. Hey, du gehst mir so auf die Nüsse. Ey. Ach so, eine Verschwendung. So. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Please. Stop it. Okay? Just stop it. Sieht auf die Beine auf dem Po. Ist du okay? Seh ich so aus? Was hat es hier jetzt gebracht? Ach, hier ist eine Tür. Hm. Oh wow. Oh god. Wir müssen jetzt zusammen in den Abwasserkanal. Oh god. Bist du dazu über ready? Okay. Aber hey. Kommst du klar? Ja. Früher hätten mich hier keine 10 Pferde reingekriegt. Aber hey. Sie macht immerhin mit. Und ihre teuren Chimichu-Schruhe sind ihr auch egal. Let's go girl. Alles klar. Also dann. Beide gleichzeitig. Diesmal klappt's. Ich glaub, weil ich einfach schon so ein Gefühl hab, schick ich dich da einfach mal rein. Mein Feeling sagt es mir. Wenn man schon einen Schrank angeboten bekommt, dann nutze ihn auch. So, da sollte sie auch keiner rausholen, oder? Das hoffe ich doch zumindest. Was war denn das hier grünes? Au, da ist einfach ein Schatz, den ich vergessen hab. Ich glaub's ja gar nicht. Da liegt einfach ein Schmarrack, du. Ein Schmarrackt. Ich brauch nix mehr, wo ich's irgendwie reinpacken kann. Auf. Du scheiße. Hä? Warum bringt das nix mehr? Oh. Scheiße. Hässliches Drecksviel. Äh. Äh. Okay. Das hat aber lang gedauert. Äh. Der hat jetzt ordentlich den Beat gefühlt. Du bist doch nicht verletzt. Nein. Alles gut. Magst du dich in meine Wunden kämmern? Hilfe mal. Gut. Oh, es wird immer kleiner. Wie süß. Okay. Ja, ja. Das wird ziemlich unangenehm jetzt werden. Alles. Strom ist raus. Ich hab keinen Strom. Oh, nein. Ich wusste es. Machst du das? Ich wusste es. Oh Gott. Was haben wir gelernt aus sich nicht trennen? Wir machen's trotzdem immer wieder. Oh, hallo. Oh, wir haben wieder ganz viel zum einsetzen. Super. Bitte lass mich jetzt nicht wieder auf Krampf snipern, während sie wieder irgendwie jetzt angegriffen wird und so. Aber immerhin speichert's. Oh nein, jetzt muss ich Rätselchen reißen. Strom auf der anderen Seite. Wo ist das? Muss ich jetzt rüber rennen? Oh shit, ja. Wie er sich rüber rollt. Oh, ich weiß, ob das so gut ist. Oh shit, jetzt komm ich nicht mehr rüber, ne? Oh shit, jetzt komm ich nicht mehr rüber, ne? Oh shit, jetzt komm ich nicht mehr rüber, ne? Oh! Ah! Ohhhhhhhh. Aber hier bleiben ist ja auch keine Lösung. Ah! Okay, jetzt renne ich. Waaah. Lass es! Arschloch! Okay, girl, dreh so schnell du kannst. Nein, du dummer Sack, ey. Ich schieß den doch die ganze Zeit ab. Oh shit, ich hab ein Problem. Dreh, 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 bitte dreh, doch einfach dreh. Oh Gott! Danke. Kein Problem. Ich hasse es. Das ist so alt für den Scheiß. Hm. Hm. Du musst ja dafür sorgen, dass alle Strom haben, ne? Hm, ja, ja. So, und dann nur noch vier, oder? Ja, genau. Yes. Ja, 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 ja. Genau, explodiert einfach mal, regt euch auf, lasst es raus. Ratten, wieder Ratten. Oh, halt, ich kann noch was finden. Edelsteinis einsetzen, beam, 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 und beam. Und schon ist das Ding voll. Wir können es verkaufen. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. So, jetzt mal gucken. Die verwende ich gerade ganz gern. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert, wie du es haben wolltest. Feuerrad ist auch gut. Auch einen für diese Arbeit braucht es Ficken.com jederzeit wieder. Ja, ja. Hallo ihr Stinkies. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Das sieht mir nach Feilt aus. Leon! Oh, die ist selber runtergesprungen. Hoch. Er hat Beine gebrochen. No. Leon! Da. Der Lift. Der Lift. Der Land ist keine Stefaner. Der Lift. Geil. Oh nein. Jetzt wisst ihr, warum sie es macht? Weil ich ihr alle von der Pelle halten muss. Deswegen. Oh, Mann. Oh, oh. Das vielleicht nicht. Oh, oh. Autsch. Oh, shit. Was? Schnauze. Girl, was machst du, Mann? Boah, ist das anstrengend. Weg mit der Kugel. Geld. Geld. Sehr schön, macht mehr. Jetzt kommt nochmal wie jemand ganz Hartes, glaube ich, als Gegner. Jetzt wird es gleich nochmal richtig übel werden. Kann ich hier nochmal irgendwie... Was brauche ich denn? Äh, ich brauche auf jeden Fall die. Ja. Ob es nur ein Fisch wäre, ist schon nicht schlecht. Wer so nett nach einem Arschtritt fragt, sollte ihn bekommen. Ja. Jetzt geht es nochmal ab. Oh nein, Raketenwerfer. Raketenwerfer. Oh nein, jetzt übertreib mal nicht. Wo kommen die denn jetzt alle her? Oh nein, oh nein, um Gottes Willen. Du Sau. So, weg mit der Kugel. Die Kugel versucht mich aber auch gerade die ganze Zeit zu treffen. Oh, shit. All good, my friend. Na, endlich! Anstrengend. So, gibt's hier noch irgendwie was Tolles? Nein, ne Banane? Nein. Okay, dann gehen wir das durch. Kann ich nicht irgendwie vielleicht auch nochmal... Ja, Gewehr... Munition. Mehr kann ich nicht machen. Gib mir Stuff. Mysteriöse Leiche. Mehr Personen berichten von einer mysteriösen Leiche herumwandeln, wie sie es jetzt gesehen haben. Ist auch wieder ein Auftrag. Mach das hier mal kurz alles kapüt. Kapüsch. So. Haben wir hier noch ein bisschen was mitzumachen? Nein, wieder nicht. Okay. Okay, wette, jetzt kommt wieder irgendein Bosskampf. Was ist das? Was ist das? Mal erst rücken, wenn sie drin ist. Boah, anstrengend. Weißt du, ich... Weißt du, ich... Ich finde... Wir geben ein richtig gutes Team ab. Ich schätze schon. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. wenn du meinst jedenfalls müssen wir dazu erstmal hier raus glaub mir dieses leben willst du nicht also das wäre mir zu stressig dann musst du was an deiner ausdauer machen so wie du rumkeuchst ich möchte betonen wie wichtig die korrekte handhabung beim transport des bernsteins aus dem untergrund ist lassen sie größte sorgfalt und den gebotenen respekt dieser möchte gern bernstein über den die ganze rede wird und den auch die älter will das muss es sein wovon louis gesprochen hat sieht saueklig aus alles ab farmen überlegen spezies bericht geliebter lord saddler ich muss ich freue mich gute nachrichten überbringen zu dürfen die produktion der überlegenen plage spezies hat offiziell begonnen wenn alles nach plan verläuft so versichere ich euch werden wir unser ziel erreichen der plage ist ein wirklich verblüffender organismus er ist in jedem wirbeltier lebenslängig lebensfähig sei es ein mensch ein hund oder eine krähe es gibt auf der welt keinen vergleichbaren parasiten die überlegene spezies beeindruckt besonders denn sie kann sich an die an den wird assimilieren ohne dabei dessen gehirn zu schädigen niemand kann sich eure herrschaft widersetzen nein im gegenteil wer würde sich noch widersetzen wollen wenn er einmal die freude erleben durfte die mit der abwesenheit von freien willen einhergeht in ein paar tagen werde ich alle hochrangigen forscher den plage indiziert haben und auch sie werden es erfahren wenn eure plan völlig ständig in die tat umgesetzt ist wird die ganze welt erfahren weil die leute dann quasi arbeiten normal sind sobald er es will was dazu sagt machen die was er will also er kann die dann quasi komplett manipulieren da sind diese kleinen schweine darin kniet nieder dies ist der heilige leib unsere göttliche vorsehung und bald ein unerschöpflicher segen für alle las plages willkommen ich bin osmond settler die stimme unseres herrn mir scheißegal wer sie sind hoch törichte schafe warum verweigert ihr die knall die entsage deinem leib gehorche gehorche der stimme unseres herrn und dann auch nein halt auch sehr gut mein kind fertig nicht Oh gut, keine Muni mehr drin. Geh dein Leib und befreie dich von Angst. Er erinnert mich an Voldemort. Ja. Die lassen mich sogar hinterher gehen. What? Geh mal kurz hier lang. Aber da unten ist nochmal ein Zeltlager. Geh mal kurz runter. Ach so, da oben sind die auch noch. Deswegen hab ich die hier gehört. Ein Goldblättle. Oh, da ist ja einer. Sorry Bra, hab dich nicht gesehen. Oh. So. Ich hoffe, das war jetzt mal die letzte Entführung. Ich find's ein bisschen viel Entführung. Tatsächlich. Das war, glaub ich, im alten nicht so oft, oder? Das reicht jetzt mal. Oh. Die Armen. Selbst unter den obersten Mitgliedern der US-Regierung haben nur wenige je von diesen Namen gehört. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn die Operation wurde nicht öffentlich gemacht. Sie wurde durchgeführt und dann begraben. Alles begann 2002, als eine kleine Einheit von US-Spezialkräften nach Südamerika versandt wurde und dort ein Gemiet zu infiltrieren. Ihre Mission war es, die Drogenkartelle zu zerschlagen. Es dauerte mehrere Jahre, die Operation vorzubereiten und nur besonders fähige Soldaten wurden dafür ausgewählt. Ich weiß nicht, ob die Mission ein Misserfolg war oder nicht, aber ich weiß, welches Schicksal diese besondere Fähigkeit fähigen Soldaten an ihrem Ende erledigen mussten. Offenbar wurde bis auf den Befehls habende Offizier Major wahrscheinlich... Wie heißt der andere nochmal? Der mit dem Messer die gesamte Einheit ausgelöscht. Es wäre sicher kein Problem gewesen, eine einzelne gestandene Einheit zu bebergen. Ein einzelner Helikopter hätte ausgereicht, aber auch irgendeinem Grund reagierte das Militär nicht. Gerüchten zufolge war die Entscheidung die Folge eines Machtkampfes in den obersten Reihen. Andere sagen, der damalige Präsident selbst habe eine entsprechende Anordnung gegeben. Eine Sache bin ich mir allerdings sicher. Die US-Regierung hat diese Leute sterben lassen. Mutige junge Männer, die ihr Leben und ihrem Land verschrieben hatten. Kennen wir einige. Ich will diese Versprechen ans Licht bringen. Nicht, weil es meine Verantwortung als Journalist ist, sondern weil es meine Pflicht als Amerikaner ist. Fußnote. Beim Obigen handelt es sich um einen neuen amerikanischen Journalisten namens. Verfasst Manuskript bezüglich Operation Jaffir. Keine Ahnung, wer das sein soll. Das bin ich? Ich warte. Wer wartet denn hier auf mich? Das kann ja nur dieser Blut gewesen sein. Ashley Graham, Abfahrt mit der Zielperson vom Campus. Zielperson wie gewohnt bis zu Beginn von Phase 2 eskultieren. Probleme mit Votor. Ihre Entführung quasi komplett geplant. Dann war das... Du bist weit gekommen, Rookie. Ich habe in der Nähe ein Schlachtfeld vorbereitet. Nur für uns Soldaten. Hunderte Jahre lang haben unzählige Generationen es mit ihrem Blut getränkt. Es ist der perfekte Ort, um zu beenden, was vor zwei Jahren war. Wie so eine Ex die irgendwie nicht loslassen kann, war unheimlich. Oh mein Gott. Aber die Munition kann ich glaube ich noch ganz gut gebrauchen, die hier rumliegt. ... No. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Einrichtung, Verteidigungsanlagen. Ist irgendwo. Wie wenig ich nur hab von denen. Okay. Post. Okay, dann gehen wir mal in dieses romantische Zeltlager. Wie heißt der nochmal, dieser Dude? Kru, Kru, Kra, Kee, irgendwas mit dem Messer. Der wartet jetzt auf uns. Ich hab neue Ware auf Lager. Der ist auch einfach immer da, ne? Ich hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Leider nix mehr zu verkaufen. Mach doch die Goldblättchen. Im Grab bringt dir dann ein hervorragender Deal. Ich verkaufe das jetzt. Ah, dafür lass ich einiges springen. Weiterhin viel Glück, Fremder. Angriffskraft von der Shotgun. Oder von der. Oder von der. Oder von der. 24, ey. Auch ein Messer braucht. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. Fremde kommen jederzeit wieder. Check Krause. Krause, Krause, Krause. Genau, Krause was. Ich will aber jetzt nicht nur mit dem Messer kämpfen. Oh nein, ich erinnere mich. Oh Gott, let's get... Kuck. Oh, meinst du dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Sieht ihr ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst, bist du noch naiver als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krause. Krause. Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten ihre Männer das gewollt? Rache. Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat. Schuss. Okay, also doch jetzt mit Waffen. Oh mein Gott. Schwing die Hufe, Rookie. Ich habe ja keine andere Wahl. Komm nicht zu den Rüsen. Komm besser in die Gänge. Wer weiß, wie es der Kleinen geht. Das war's, Brudi? Wo bist denn du? Ich loote ein bisschen. Oh Gott, muss ich jetzt wieder Rädchen drehen? Erstmal einen fetten Kopfschuss. Dass der überhaupt noch lebt. Ah, es bleibt oben. Das ist aber nett. Sehe ich aber nett. Ich glaube, am Ende gibt es trotzdem wieder nur einen Messerkampf. Weißt du noch der Kampf im Dschungel? Wir haben es gerade so lebend rausgeschafft. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Das war mein Trainer, ne? Dieser Ort ist eine einzige Falle. Hier habe ich keine Chance. Oh. Oh, holy shit. Spinnst du? Du Arsch. Das war nicht so schlau. Oh, kack. Wo ist der? Die Sau. Wo ist denn der? Oh, Mann. Ich wollte sie nicht irgendwie kaputt machen. Ich hasse den, Dude. Ich hasse den, Dude. Oh, mein Gott. Das ist ja voll Ätzendier. Jetzt kämpf doch mal, ey. Ekstra so eklig dunkel gemacht. Das ist trotzdem mal alles weg. Wie könnte ich das vergessen? Shit. Genau, das hat er jetzt hier alles mal aufgebaut, oder wie? Geht doch nichts über die... Noch am Leben, hä? Pures Glück. Du dumme Sau. Ich werde es endlich feiden. Ich bekomme Kraut, das ist keine gute Sache. Aha, nicht getroffen. Okay. Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient deine Erkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Aua. Der Tod holt die Feiglinge genau wie die Leichtsehnigen. Welcher bist du? Keine Ahnung. Ich frage ihn, wenn ich ihn sehe. An deiner Stelle würde ich mich anhalten. Denk an die Kleine. Der ganze Aufwand nur für mich? War doch nicht nötig. Du bist eben was ganz Besonderes, Pretty Boy. Okay, grünes Kraut nehme ich doch ganz gerne. Und Munition mache ich mir auch ganz gerne. Und zwar die. Okay. Okay. Dieses Rumgehafte bringt dich doch ins Grab. Oh, du Schwein. Du hast mit Bravour bestanden. Börst du mit Deige? Ey, der spinnt doch. Also, ich kann es nicht anders sagen, aber der hat sie nicht mehr alle. Äh, passt das hier nicht hin? Doch. Komm her, du Sack. Jetzt geht es, Soldat! Sie ziehen das echt durch? Auf. Es ist noch nicht zu spät. Wir beide sind zwei Seiten der selben Mittagsschritte. Und der Blick auf die Dinge wird immer verschieden sein. Oh Gott. Und du hast nichts dazu gelernt. Ich muss sagen, du enttäuscht. Sind wir fertig, Krauser? Oh, es zieht sich aus. Oh nein. Du bist zu weich um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Oh mein Gott. Das nenne ich eine Armour. Wirklich. Zeit für deine Abschlusspulver. Das ist die Maff. Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Scheiße. Darf ich kurz mal Muni craften? Nein, okay. Alles gut. Dann nicht. Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurück verlangen. Hab dich gesehen. Ich kann's kaum erwarten, dich zappeln zu sehen. So, jetzt sind wir wenigstens mal raus. Aus diesem Kack hier. So, endlich mal hoch. Keine Muni mehr, verdammt. Shit. Wir sind noch nicht fertig. Das wird deine letzte Lektion. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh, wie zuversichtlich. Greif an, Rookie. Bist du der Reise, Rookie? Ja. Bringen wir's zu Ende. Bin nicht überrascht. Mit meiner Schusswaffe, ne? Ist doch richtig unfair. Aber er ist eigentlich unfair, ne? Aber so viel habe ich mindestens erratet. Immerhin Oh, schwere Granate, ey. Ein verdammter Schande der Frieden Ach, shit. Was ist jetzt mit nur noch Schall-Sniper? Bis die Mission erfüllt ist. Hätten sie einst auch so gesagt. Du musst aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Was ist jetzt mit nur noch Schall-Sniper? Rookie ist alles die Schwache du nichts mehr schützen. Oh, aua. Wenn sie so weitermachen, gibt es... Dann sterbe ich. Lendgranate vielleicht mal. Ich weiß nicht mehr zu beschützen. Früher hätten sie das gewusst. Genau da liegst du für mich. Ich wusste gar nichts. Jetzt schau Oh, mein Gott. Ah, shit. Man muss warten, bis das eine seine dummen Super-Attacken macht, oder? Die da. Die muss ich abwarten, glaube ich. Oh, shit. Oh, mein Gott. Ich hasse den. Was bedeutet Meine Verteidigung durchbricht nichts. Oh, Mann. Der ist so schwer, einfach nur. Das endet jetzt. Kann den Scheiß-Romir nicht ausweichen, oder was? Das sieht da immer hoch. Oh, shit. Auf die Beine hätte man stießen können. Jetzt töte ihn endlich. Leon tut's nicht. Ich würde ihn in den Arm abschneiden. Oh, er tut's. Ich habe dich gut trainiert. Leon. Alles zuerst. Der Held natürlich nicht. Oha. Haben Sie, Major? Das haben Sie. Oh, ein Ersatzmesser. Ashley, hinterher gehen. Das, was ich die ganze Zeit schon mache. Tschüss, Pulver. Meine Muni. Wetten, er lebt noch. Also, fällt nur noch der Final Boss. Let's go. Let's go. Zum Berggipfel. Das ist dann das Finale. Juhu. Juhu. Die Verteidigung ist nicht ohne. Ach, easy. Da rennen wir durch. Da müssen wir hin. Das muss das Heiligtum sein. Ja. Also, Ashley, letztes Mal. Wenn du dann noch mal entführt wirst, lasse ich dich zurück. Die letzte Ermahnung. Und da ist schon wieder mein Homey. Was kann man tunen? Ach, guck mal. Den Sein Schwert kann ich jetzt auch kippen. Max Ander. Eine Waffe, den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Für diese Abkommen jederzeit wieder. So. Leon hat schwarze Ader und stimmt. Nee. Warte, ich warte jetzt für die Flinten, Muni. da warte ich jetzt drauf. Oh, what? Okay, geil. Ist das Ader? Da ist der Heli, der uns retten will. Geil. Ja. Geil, Leute. Let's go. Oh, hit. Oh, hit. Verdammt, da kommt noch mehr. Danke, ist ganz viel nah. Danke, süßi. Danke, süßi. Ey, der da oben, ich hasse den so sehr. Kannst du den mal bitte eliminieren, danke. Ich sollte es ein bisschen leiser machen, weil ich glaube, der geht jetzt schlafen, dass ich hier nicht so laut schreie. Überlass das Gebiet ab hier in mir. Yay. Mach ne Verschnaufpause, bevor der Spaß für dich weitergeht. Das ist, oh mein Gott, hilf mir bitte. Bitte hilf mir. Oh Gott, hilf mir, die schließen mich alle ab. Hilf mir doch, bitte. Oh mein Gott. Ja. Was soll ich sagen? Ich hab's halt drauf. Geil. Kannst du mir anders sagen, es ist einfach geil. Also da wär ich jetzt echt am Ende gewesen. Warte, kann ich jetzt Muni herstellen? Ich glaub nur nicht. Nee. Okay. I'm ready. Er ist so geil, der macht einfach alles für mich. Ich hätte mir eigentlich das ganze Spiel so durchspielen können. Wenn's nach mir ging. Oh mein Gott. Auch. Oh. Oh oh. Oh shit. Das wird ein Problem. Hey, kannst du dich auf das Ding kümmern? Ich geh hier mal kurz und du bist. Sollte tun was halt. Guck mal nicht rein, oder? Schei**. Okay, oh lolololololololololol. Meine ganze schöne Munition. Das ist verschwendet. Aber gut, da hätte ich die eh umbringen müssen, weil sonst hätte es nicht geklappt. Ich werde hektisch, weil ich jetzt meine Kopfhörer leiser machen muss, aber sonst schreicht zu laut, weil wir haben schon drei Uhr morgens und dann höre ich nichts mehr. Das ist ein bisschen bad, aber wie komme ich denn jetzt da rüber? Wieder runter, oder? Runter und weiter. So, wo ist jetzt mein Heli-Honey? Jetzt verlange ich aber Hilfe. Ich will gar nicht weiter. Ich kann mich nicht mehr austoben, ich habe keine Muni mehr, Homie. Ich mache jetzt nichts mehr. Nein, nicht dein Ernst. Du Schwein. Das alles rhymes. Halt. Hey. Kattler! 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 Ich will, dass die mal mitkommen, dann kann ich die in die Luft jagen. So. Die einfach nur. Gib mir Muni. Nicht schießt Pulver, obwohl das auch gut ist. Das muss jetzt hier auch noch hoch, glaube ich. Und das auch noch zu aktivieren. Anstrengend. Ja, ich habe irgendwie die Panik, weil ich jetzt gerade meine Kopfhörer so leiser gemacht habe. Man hört irgendwie nichts mehr. Das war keine gute Idee. Aber es ist halt einfach auch schon zu spät. Da hört man halt auf einmal auch gar nichts mehr. Oh. So, lass mal kurz hier kombinieren. Direkt nehmen. Und dann mal direkt Munition wieder machen. Kann ich bitte noch was machen? Ja. Endspurt, Lady. Ich gebe mein Bestes. Ich verliere die Nerven. Okay. Okay, let's go. Ich hoffe, der Heli hilft mir nochmal. Oh ja. Oh ja. Danke. Wenn wir zu Hause sind, gebe ich eine Runde aus. Der stirbt jetzt. Ich bin eine gute Bar. Ich bin eine gute Bar. Ich bin eine gute Bar. Gut, so runter das Köpfchen. Schön langsam. Was? Verdammt. Was? Oh mein Gott. Es war so klar. Komm, diese Ass ist hier schon wieder. Du bist der nächste Seller. Du bist der nächste Seller. Du bist der nächste Seller. Also die hätte ich ja wohl auch vom Flugzeug wegschießen können, oder? Also warum habe ich ihm jetzt zugeguckt, wie er stirbt? Die hätte ich ja mit Leichtigkeit wegschießen können. Ich kann doch zielen. Verstehe ich nicht. Aber wir wussten beide, dass er sterben muss. Ja, kommt hoch. Die ist da! 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 Oh mein Gott ey. Ich bin nicht ready für einen Bossfight, aber 0,0. 0, absolut gar nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist wieder eine Falle. Ein frommer Wunsch, nicht wahr? Du musst wissen, der heilige Leib verbindet uns alle. Dein Fleisch, deine Knochen, selbst deine Gedanken, sind bereits eins mit uns. Bullshit. Eklavt. Warum lehnst du inneren Frieden ab, wenn du lediglich die Gabe annehmen musst? Wie sie es tat. Sedlok! Ah, richtig. Die Zeit ist reif, dass dies Schaf nicht unserem Bund anschließt. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Froh Lockett! Und so sei er! Es ist die Aida. Leon! Geh! Oh nein! Zu Louis' Labor gehen. Oh oh, hab ich da nicht das Auge gebraucht? Labor B müsste da lang sein. Oh shit. Oh no. Oh oh, wir halluzinieren schon. Oh oh, lauf einfach weiter. Hoffentlich kommen jetzt keine Gegner. Oh oh. Oh oh, Into the Light. Oh je. Oh Gott. Nein, weiter, weiter. Nein, steh auf. Gott, zum Glück habe ich den dabei, schon mal vorhin hätte ich jetzt nicht dabei. Oh je, hoffentlich gibt es wieder das Gegenmittelwohl, will ich wieder wissen, ob es da drin ist. Dass er auch weiß, wie das geht, ich wäre total so, was muss ich jetzt machen? Das könnte jetzt sehr wehtun, Perch. Ich würde sie festmachen. Nein, 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 nein. Schnell jetzt du, oh nein. Aber jetzt eher beim Zahnarzt oder beim Frauenarzt. Oh nein. Die Ada wird uns doch jetzt wohl geholfen haben, oder nicht? Katting, kling. Ja. Ada. Wie hat mich schweren Mann jetzt auf diesen Stuhl gebracht? Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter und es ist dein Job. Cute. Also war das die Entfernung der Parasiten? Das war alles, Luis? Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Wirt von einem Plager zu befreien. Infektionen von Antigenen sowie einen äußerlichen Eingriff. Ist der Parasit noch nicht geschlüpft, kann er durch Verabreichung eines Antigens abgetötet werden. Sobald die Inkubationsphase jedoch vorüber ist, kann auf diese Weise nicht mehr viel getan werden. Die zweite Methode wird der Plager gezielt von außerhalb des Körpers mit Hilfe von Strahlen und einer Wärmelänge getötet, haben wir gemacht. Ob man das so leicht töten könnte? Selbst bevor der Parasit voll ausgereift ist, ist der äußerliche Eingriff mit hohem Risiko verbunden. Ist das adulte oder adultes Stadium erreicht, ist es endgültig zu spät. Dann ist der Wirt tot. Witzig. Wer ist das alles? Das Dreamteam vom europäischen Labor 6. Leben haben wir ihm zu verdanken. Kann ich jetzt hier irgendwo dieses Auge nicht einscannen vielleicht? Wer glaubt, dass die Plager nur ein Werkzeug zur Erschaffung mächtiger Biowaffen sind, wird? Ihr wahrer Wert liegt in der Fähigkeit zur Kontrolle. Wie sehr ein Individuum sich auf wehren mag? Eine einzige Injektion kann jeden in einen treuen Diener verwandeln. Wer braucht noch Spione, wenn man den Feind von heute in den Verbündeten von morgen verwandeln kann? Nur einen einzigen Insider zu konsolieren könnte eine ganze Organisation, wenn nicht gar eine ganze Nation in die Knie zwingen. Die Massenproduktion der überlegenen Spezies hat dies möglich gemacht. Wir haben Settler Macht verdient. Es ist offensichtlich, was er als nächstes vorhat. Was passieren würde, wenn Settler so viel Kontrolle erlangt, kann man sich kaum ausmalen. Sechs Milliarden teure Diener unter seiner alleinigen Führung? Es gäbe niemand, der sich ihm entgegenstellte. Kein Krieg. Vielleicht gäbe es zum ersten Mal in der Menschheit Frieden. Jaja, wer es glaubt. Aber ich weiß, wie Settler und die anderen die Leute auf dieser Insel seit Generationen unterdrücken. Ich weiß, wie er sie behandelt. Das ist kein Leben und deswegen werde ich das auf keinen Fall zulassen. Auge, Auge. Diese Probe, die ich in den Bernstein nenne, hat einfach im Lager rumgelegen und Staub gesammelt. Wir hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente. Es ist also gut möglich, dass dieses einfach übersehen wurde. Nach einer ersten Analyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit noch sehr klein und befindet sich in einem Übergangszustand, doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die dominante Spezies, die wir bisher nur noch bei Settler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bernstein es mit Settlers Kraft aufnehmen. Leider wurde der Bernstein von Settler konfisziert. Ach, deswegen hat er es gemacht. Natürlich kann ich dieser Gruppe von außerhalb genauso wenig trauen, aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache rauswogeln. Deswegen wollten die den Bern. Der hat ein halbes Umbrella-Labor zusammen geklaut. Hm, und wo ist das Auge? Ich glaube, das mit dem Auge ist nicht mehr so. Betreff unsere Abmachung. Luis, ich habe die Forschungsdaten, die du wolltest. Lass uns treffen. Ort und Zeit, wie besprochen. Nur noch einmal zur Sicherheit. Wenn ich liefere, bringst du mich hier weg, richtig? Ich hoffe, du hast den Bernstein nicht vergessen. Ohne ihn sind die Daten wertlos. War Ada und er. Entspann dich. Ich habe ihn nicht vergessen. Mach dir keine Sorgen um den Bernstein. Mir fällt schon was ein. Da sehe ich ja, dass Ada eigentlich sass ist. Okay. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Also das mit dem Auge könnt ihr getrost verkaufen. Außer ich irre mich. Na gut. Wie gesagt, wir sind ein Team. Ah, Initiale waren Albert Wesker. Ah, ich will den Wesker sehen. Ich fand den immer mit am coolsten. Ich fand den in Code Veronica so geil. Also so cool. An der Stelle mit dem Auge bin ich schon vorbeigelaufen. Also das musst du mir dann in die Kommentare schreiben. Ist das mit dem Auge wirklich so? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Es geht dir gut? Oh, ich bin sicher, der geht's prima. Der Ada. Ja, wirklich. Scheinst du gut zu kennen. Hey, jetzt mach mal nicht so einen. Oh nein. Weg! Wieso haben die Schießpulver mit sich mit? Danke. Danke schön, Jason. Das wär nice. Danke schön, Jason. Hey. 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 Mann, jetzt bleibt einfach mal da, wo ihr seid, ey. Du hast schon Schlimmeres erlebt, glaub mir. Okay, wenn ich hier einen Gold-Bahn kriege... Ich würde gerne wissen, Ollen, ob ich den jetzt nochmal sehe. Wofür kann ich dich begeistern? Sehe ich den jetzt nochmal oder nicht? Besten Dank! Nicht schlecht! Sehe ich den nochmal oder nicht? Ich kaufe fast alles. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen. Was wäre wenn, richtig? Okay, ich glaube, das ist das letzte Mal, deswegen mache ich es jetzt so. Ich speichere einmal hier und speichere einmal hier. Und jetzt verkaufe ich einfach mal alles, was ich nicht mehr brauche. Wofür kann ich dich begeistern? Und wenn das falsch war, gehen wir einfach wieder zurück. Besten Dank! Ein hervorragender Deal! Besten Dank! Oh ja, damit kann ich definitiv was anfangen! Ich würde gerne Raketenwerfer kaufen. Ich würde aber auch gerne die Koffer-Erweiterung kaufen. Hm, Koffer-Erweiterung? Ich habe hier noch eine Waffe, die kann ich theoretisch auch noch verkaufen. Dann verkaufe ich die mal hier. Kann ich die nicht zurückpacken? Oder habe ich wieder keinen Platz? Oder habe ich wieder keinen Platz? Habe ich zumindest gedacht, aber ich will ja nichts sagen. Aber manchmal sind die Dinge interessanter, wenn alle die gleichen Chancen haben. Findest du nicht? Ich weiß aber, ich glaube, der hilft halt übel beim Gegner. Ich habe eine angenehme Reise! So, dann gehen wir kurz zur Aufbewahrung, holen die rüber, sortieren erstmal. So, was kann ich denn alles herstellen? Gewehr-Munition? Wie viel habe ich denn eigentlich? Gewehr und Shotgun. Wo ist meine Schottie hin? Wo ist meine Schottie hin? Ah, hier. Genau. Da habe ich einen neuen Schuss. Dann würde ich fast sagen, schwierig. Äh, jetzt fehlt mir wieder was. Okay. So. So. Hat meine Schottie dann Platz? Ich glaube schon. So. Und noch ein Erste-Hilfe-Spray und noch eins. Und noch eins. So, ich brauche immer eins. Okay. So. Und jetzt speichere ich hier oben drauf. Kann ich eine Raketenwerfer noch tunen? Willkommen! Nee, weil der ist nur ein Schuss. Den kann man nicht tunen. Aber ich kann's jetzt eh nix mehr machen. Wir probieren's jetzt einfach. Und den würde ich dann auch auf... hier einfach hinpacken. Hier einfach hinpacken. So. Okay. Gut. Ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert. Hier wird er tried. Leon! Sieh nur! Ist das nicht... Was? Wo? Ich seh nix. Wo? Ah, hier. Ada. Ada. Denkt wohl, so lockt er mich zu sich. Hat er auch recht. Bleib hier. Bin gleich zurück. Oh, die Shotgun. Stimmt. Lass die nicht schon wieder allein, Mann. Die hängt ab. Ich häng ab. Ich hab erstmal Beine gebrochen. Die. Nein. Oh, okay. Yay. Du hast den Heiligen, Leife, Schmidt! Oh Gott. Das Privileg eins, mit uns zu werden! Betreuung! Vergebung! Der bescheuert aus. Okay. Okay, ich muss noch kurz meine Schottie auf eine Schnellauswahl machen. Und zwar hier will ich die hinhaben. Nicht gotteslästerliche Schändung. Oh. Oh, voll reingelaufen. Ich splash dir all deine Augen weg, Kollege. Törichtes Kind. Und er wird dich erneut für den Heiligen Reib segnen. Oh. Na, wenn das so ist, dann nehme ich das doch Dank an. Ja. Ja, hallo? Warum kann ich nicht mein Messer reinschließen? Das ist grenzlos. Tief in deinem Herzen weißt du um diese Wahrheit. Nie enden wollende Kriege, Schmerz. Und die Menschen verschließen ihre Augen vor den Gräueltaten. Den Blut an ihren Händen. Selbst jetzt. Ich höre sie. Die Stimmen der Märtypen. Wie für den Glauben gelesen. Oh Mann, Ada. Helft mir doch mal. Adams Apfel. Die Stimmen meiner Schafe. Der macht echt voll lauge. Oh shit. Ich höre dich. Hä? Wann bin ich tot? Das war jetzt aber ein Fehler. Hä? Wie dumm war das denn? Bleib hier. Welch gotteslästerliche Schändung. Welch unverzeihliche Ketze. Doch ist es nicht der Sünder, der die Erlösung am nötigsten hat? Knie nieder vor deinem Vater. Törichtes Kind. Und er wird dich erneut mit dem Heiligen Leib segnen. Das Welt dieser Welt ist grenzenlos. Tief in deinem Herzen weißt du um diese Wahrheit. Wie enden wollen wir Kriege durch Schmerz. Und die Menschen verschließen ihre Augen vor den Gräueltaten. Denen liefs an ihren Händen. Selbst jetzt. Kind. Entsohne deinen Vater nicht. Treue Jünger. Zersammelt euch. Lasst die nicht entkommen. Oh shit. Was mach ich denn da jetzt? Die werden mich alle umbringen. Und fortbezweigen. Uh, was should I do? Oh shit. Hey, wo's denn... Ah shit, ich hab ja meine Dingams vergessen. Oh Gott, hier ist es so spessig. Wo ist das denn? Pakete? Soll ich jetzt schon da draufballern? Jetzt schon? Muß? Sein Neu? Sein Neu? Mierda! Siem! Das ist verrückt! Ah, okay, deswegen bin ich gestorben. Ich muss aufpassen, dass der die Plattform nicht kaputt macht. Unter einem. Der Arsch. Oh, das ist anstrengend. Und die Makrele holt alles raus. Das war's noch nicht. Ich hab genug von deinem Scheiß. Ab wann soll ich die Rakete nehmen? Oh mein Gott. Endlich ein Luftjahr zu dir passt. Hässlich, ähnen wie ab. Hm, ich glaub das funktioniert so nicht. Soll ich jetzt die Rakete nehmen? Oh, ich hab getroffen. Ich dachte gerade, ey, oh mein Gott. Oh, ich krieg nochmal eine, war's? Da hast du deine Gnade. Ja. Aber puedes? Was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Wir wurden benutzt. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Beeil dich lieber. Was ist das? Süß. Bis nächstes Mal, Leon. Die Pause ist auch nötig. Oh Gott. Von der Insel entkommen. Lolololololoolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo Okay, nichts wie weg hier! Ja! das muss gespeichert werden ich hab so meine munition ich dachte gerade ich hab keine munition mehr da kommen 100 pro wieder gegner ne so einfach ist es nicht wohin muss ich denn? ah hier lang da kommen jetzt wieder gegner und alles, I know oh mein gott oh gott sie sterben jetzt alle ganz eklig die ratten hauen alle ab sie machen es richtig was ist los? ohne ihren anführer sind sie nichts game over für sie oh oh und die ganzen Follower oh ah sie hat uns ein Boot da gelassen schießen auf nervenkitzel und wie? dann halt dich fest oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott Hilfe die oh die unfass oh oh wow 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 my life is like your hats on me oh my god also so viel geld kann man mir gar nicht zahlen für diesen job sorry girl rumgelaufen da vorne ist licht oh god oh god alles okay keine ahnung das war echt heftig schön mission erfüllt was es kommt ein heil wenn du zu hause bist danke für alles klar doch weißt du ich könnte meinen dad bitten dich meinem personenschutz zuzuweisen wenn du willst du brauchst mich nicht du kommst ganz gut alleine klar nur das mit dem messer solltest du nochmal üben na komm ab nach hause ah im original teil was ist ein dründer one hörst du mich kommen was ist kommen ist das die enthand zorn zorn geht es euch beiden gut wo bist du komm schon im original fragt die ashley den lion nämlich ob sie sich nochmal sehen wollen und daten wollen und er sagt nein er hat eine andere frau im kopf und das nämlich die ada das haben sie abgeändert so das ich du du war geil oder die war geil war ultra geil also krass ich weiß auch gar nicht mehr genau was alles jetzt noch im original teil so war aber sie haben absolut das beste draus gemacht mega mega nice hammer am ende wieder so ein bisschen lang gezogen aber finde ich meistens so dass dann games so irgendwie kein ende finden und dann noch mal hin führt und noch mal hin führt also ich glaube ein zwei weniger und führung hätten es auch getan aber geiles game ich bin voll auf eure meinung gespannt aber ich glaube da kommt auch noch was oder und 100 pro noch irgendein abspann irgendwas wird da definitiv noch kommen bin ich jetzt fertig hätte gedacht noch so lang geht spiel geht 14 stunden 15 stunden fast crazy aber ich habe auch echt viel gesammelt und gelutet nur die story macht es mir schnell fertig aber ich habe halt echt noch viel gesammelt personen schutz ich werde es morgen durchspielen lohnt sich es noch mal durchzuspielen es gibt so viel zu entdecken so viel zu machen also echt cool hat schon einen grund warum das eine der coolsten teile war noch voll gespannt auf eure meinung ob ihr sagt der erste war besser das waren gutes remakes waren gelungen ist was nicht was hat euch gefallen ich fand die beziehung zwischen ashley und leon viel viel cooler viel viel süßer die respektvoller sie war nicht so diese zickige nervige tante und er war auch so ein bisschen hat so ein bisschen mehr gefühle gezeigt was ich sehr cool fand was geht weiter stell mich durch albert reska ich habe den bernstein ausgezeichnet eine frage was wirst du damit anstellen ich bezahle dich nicht für fragen nur so viel soll verraten ein neues zeitalter bricht an hunderte werden ihr leben für das eines einzelnen geben ich treibe diesen wandel voran geil dann geht es um millionen von opfern milliarden wie ehrgeizig wir ändern den kurs los hört ihr schon die musik anlehnung auf resident evil 5 krass ada hat sich widersetzt aber auch ganz schön dumm dass sie dass er denkt dass sie das nicht machen würde weil sie ist ja auch am ende opfer alle exzellent danke ja danke danke exzellent Exzellent. Ja, neues Spiel. Kann man nochmal durchspielen. Ja, das war Resident Evil 4. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Über Kommentare natürlich. Wie fandet ihr es? Bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Und danke an meinen Chat, der so lange dabei war. Wir haben jetzt halb vier Uhr morgens hier im Livestream. Ich gehe schlafen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem wunderbaren Let's Play. und fühlt euch gedrückt und geliebt. Jetzt raus. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.